Guten Morgen, liebe Hörer, heute müssen wir seriös sein. Guten Morgen, liebe Hörer, hier ist der Aufwachen-Podcast. Guten Morgen. Tilo stellt uns jetzt einen wichtigen Gast vor. Ja, hallo Annette. Ja, hallo Tilo und Stefan. Kann ich sagen, guten Morgen nach London? Bist du in London? Nee, heute bin ich in Hamburg. Ach so. London bin ich immer am Wochenende, aber das ist ja fast London. Zumindest sagen die Hamburger das. London ist das Tor zur Welt und Hamburg ist das Tor zur Welt und London ist die Welt, oder? Ja, Hamburg ist das Tor zu London und London ist die Welt. Ja, wie auch immer. Sehr gut. Annette, du bist jetzt ehemalige ARD-Korrespondentin in London gewesen. Genau. Bin ich jetzt immer noch die ehemalige. Ich war London-Korrespondentin für die ARD. Aber du wirst es nie wieder sein, oder? Ach, das weiß man nie. Sag niemals nie. Aber im Moment nicht. Wir wollten mal kurz darüber mit dir reden, weil wir haben ja immer so viele Korrespondenten bei ARD und ZDF, die in all ihren Stationen immer so viele Dinge berichten. Und erklär uns doch mal, wie erstmal vielleicht dein Werdegang ganz kurz war. Also wie bist du das geworden? Warum wolltest du es überhaupt werden? Ach, das sind ja immer so Zufälle im Leben oft, die dazu führen. Ich habe lange im WDR eine Medienshow gemacht, Palazzo hieß die, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, mit der Bettina Böttinger, die damals noch ganz klein war, so wie ich. Und wir haben das zusammen entwickelt. Und das war eigentlich eine sehr, es war echt eine klasse Sendung, wo wir noch viel rumprobieren konnten mit Musik, mit Bands und aber auch eben, es ging um Medien. So ein bisschen wie ZAP heute im NDR, nur als Show. Und danach war ich Leiterin beim ARD-Morgenmagazin gemeinsam mit einem Kollegen Johannes Kaul. Und das war eine ganz spannende Zeit, wo ich viel aus dem Headquarter heraus gemanagt und auch junge Leute auf den Weg gebracht habe als Reporter und Korrespondenten. Und irgendwann war das aber auch mal gut. Und dann wurde damals relativ kurzfristig die Stelle, also die Studioleitungsstelle in Warschau frei. Und da wollte erst mal gar keiner so richtig hin. Welches Jahr war das mit Warschau? Wann war denn das? Das war 1999. Also schon lange her. Und da habe ich irgendwie ganz spontan gesagt, eigentlich habe ich dazu total Lust, weil ich von Polen überhaupt keine Ahnung habe. Gute Voraussetzung, ja. Gute Voraussetzung irgendwie, dachte ich. Also zumindest ist die Neugierde dann gesichert. Und dann habe ich der damaligen Chefredakteurin, habe ich gesagt, hör mal, für den Fall, dass sich da sonst keiner meldet, ich würde da hingehen. Das war mehr so in dem Gespräch, fast so gar nicht, vielleicht ganz so ernst gemeint. Und die sagte dann aber nur ganz spontan, ach ja, warum nicht? Und dann fuhr ich den Aufzug wieder runter und dachte, ach du je. Okay, coolen, oha, okay. Und habe dann aber einfach todesmutig den Vertrag unterschrieben, ohne jemals da gewesen zu sein und auch ohne Polnisch zu sprechen. Und ja, bin dann ein paar Monate später aufgebrochen und habe dann erst mal in Krakau versucht, Polnisch zu lernen. Habe mir das sehr leicht vorgestellt, das war aber nicht so. Und habe wirklich gekämpft um diese Sprache. Habe es aber am Ende geschafft und hatte dann im Nachhinein, die nächsten drei Jahre, vier Jahre war ich fast da, die beste Zeit meines Lebens. Weil ich natürlich, ich habe ganz Osteuropa für mich neu entdeckt. Und das war unheimlich spannend zu der Zeit. Das war kurz vor dem EU-Beitritt Polens. Und in Deutschland wusste man so gut wie nichts über die Polen. Das war auch ein Land, für das wir uns ja immer noch, damals noch weniger interessieren eigentlich. Viel weniger, als wir sollten. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin eine alte West-Berlinerin. Da bin ich groß geworden als DJ beim Radio, beim SF-Beat. Das war so eine jugendpolitische Sendung, dass ich in der Zeit meines Lebens als junge Erwachsene so zwischen 20 und 30 in West-Berlin gesessen habe. Und aber überhaupt keine Ahnung hatte von diesem ganzen Osteuropa, was ja eigentlich vor unserem Haustier lag. Und da habe ich so gedacht, also es war eigentlich so ein Gefühl, du wohnst in einer Wohnung und plötzlich stellst du fest, da hinten ist noch eine Tür, du machst die auf. Und da ist nochmal eine ganz andere Welt. Wie man entdeckt. Und das war eine tolle Zeit. Insofern habe ich es nie bereut. Ist denn Nichtwissen eine besonders gute Voraussetzung fürs Korrespondentensein? Ich will jetzt nicht sagen Ahnungslosigkeit. Nein, eigentlich natürlich nicht. Die Frage ist total berechtigt. Das war in dem Fall, glaube ich, für mich gar nicht. Also in dem Fall war es, glaube ich, ein Glück, weil ich war wahnsinnig neugierig plötzlich. Ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung. Die Neugierde, die Lust, in so eine ganz andere Kultur zu gehen, die Sprache sich anzueignen und eben immer wieder bei Null anzufangen. Es ist natürlich wesentlich besser, wenn man ein Land kennt und sich vorbereitet. Aber es hat manchmal auch Vorteile, wenn man so ganz frisch dahin geht. Wenn man dann anders entdeckt und anders sieht. Es gibt natürlich Länder, wo ich das nicht empfehlen würde. Also bei China kann man nicht einfach unvorbereitet dahin gehen. In die arabischen Länder muss man sich auch anders vorbereiten. Da kriegt man aber auch dann längere und andere Vorbereitungszeiten. Und selbst bei Warschau war ich ja vier Monate in Krakow, bevor sie mich dann wirklich auf den Job losgelassen haben. Das heißt, ich habe dann schon auch wirklich Zeit gehabt, mich vorzubauen. Das hört sich ein bisschen nach Annette und naiv an. Nee, das war nicht naiv, das war neugierig. So bezeichnen wir uns eigentlich auch immer. Ja, sorry. Das war einfach neugierig. Verdammt und naiv, ja, vielleicht. Wie groß ist das Berichtsgebiet, wenn man in Krakau sitzt? In Warschau ist das Studio. Also Krakau habe ich mich sozusagen vorbereitet, weil ich nicht gleich in Warschau sein wollte. Polen ist einfach Polen. Also es ist ein großes Land. Man ist da alleine. Das ist eine Einzelstelle. Also man hat keinen zweiten oder dritten Mann, wie dann in den meisten anderen Studios. Das heißt, man ist ständig unterwegs und wenn in Warschau was passiert, politisch aktuell, muss man halt schnell zurück. Und das macht es manchmal echt anstrengend. Aber es gibt so Techniker und Kameramänner und so vor Ort. Natürlich, klar. Aber man ist halt als Korrespondent da alleine. Und das hat immer was ganz Spezielles, wenn man im Land alleine kavern muss. Weil in dem Moment, wo du dann unterwegs bist auf dem Land oder ich war öfter mal unten, weiß ich nicht, in den Karpaten, hab da gedreht. Dann war plötzlich irgendwas Aktuelles. Dann musst du da irgendwie wieder zurück. Und das bei den Straßen in Polen. Ich musste dann oft irgendwelche Helikopter von Freunden bemühen. Bevor wir dann gleich zu England kommen, wenn du da von 1999 an so vier, fünf Jahre da warst. Es gibt ja von Stefan Cornelius oder Klaus-Dieter Frankenberger so Zitate, Korrespondenten heute im Internetzeitalter berichten quasi nur, was im Internet steht. Weil sie so viele live schalten, wenn etwas passiert am Tag haben, dass sie gar nicht dazu kommen, vor die Tür zu gehen und so weiter. Wie war das denn 1999 in diesem völlig neu entdeckten Land? Das war anders. Das hat sich unglaublich geändert, der Korrespondentenberuf im Vergleich zu damals. Das klingt immer so blöd, so damals in den Ardennen. Aber es war wirklich anders. Das war eine Zeit, wo man noch wirklich für so einen Tagesthemenbeitrag, so ein 2,30er, 3-Minüter, da haben die mich drei, vier Tage vorher angerufen. Wir haben eine Reportage besprochen und dann bin ich losgefahren und hab in Ruhe gedreht. Eine richtige Geschichte selber gedreht, ohne mit einem Auge und Ohr immer auf Twitter oder sonst wo zu sein. Die Helps funktionierten da sowieso nicht in der Pumpeis. Und dann ist man zurückgefahren, hat das in Ruhe geschnitten. Auch nicht immer, aber tendenziell eher. Und hat das dann abgeliefert und dann wurde es sogar gesendet. Es ist heute so, dass die Kollegen auch durch das Internet, weil die Nachrichten müde halt immer schneller wird, oft überhaupt nicht mehr die Zeit haben, also erstens nicht mehr so lange vorplanen. Manchmal tun sie es, sie versuchen es auch immer noch, aber es geht eben oft nicht, weil die Nachrichtenlage sich so schnell dreht, dass sie dann auch immer wieder umdisponieren müssen. Und dann ist es eben oft gar nicht mehr möglich, so viel Zeit zum Vorbereiten oder so lange rauszufahren. Und dadurch, dass es eben viel mehr Lives gibt und Tagesschau24 in der ARD oder beim ZDF gibt es ja auch solche Nachrichtenkanäle, ist man eben wirklich tatsächlich viel am Schalten. Und manchmal muss man wirklich aufpassen, dass man nicht schaltet, bevor man überhaupt weiß, worüber man redet. Also ich übertreibe jetzt mal. Das hört sich ein bisschen danach an, als ob, also ich weiß, dass die ARD so einen Sparstopp bei den Korrespondenten gemacht hat. Einen was? Einen Sparstopp. Also das haben die mir ja am Freitag beim BR erzählt, beim Bayerischen Rundfunk, dass die ARD nicht bei ihren Korrespondenten in der Welt spart. Das ist mir neu, das höre ich gern. Aber es hört sich gleichzeitig danach an, gerade weil ihr immer mehr gebraucht werdet, bräuchte es ja eigentlich an jeder Station noch einen Korrespondenten. Ja, eigentlich ist das so. Also damit du dann eine 3-4-Tage-Geschichte machen kannst und gleichzeitig für die tägliche beziehungsweise minütliche Arbeit für den Quantitätsjournalismus auch noch jemand da ist. Eigentlich bräuchten die Studios Verstärkung, das stimmt. Das ist nur leider in den Zeiten des insgesamt doch eher Spardrucks nicht wirklich möglich. Dass sie jetzt einen Sparstopp machen beim BR, das höre ich wirklich gerne. Das wird sich vielleicht auch auf andere Sender irgendwann ausweiten. Es ist so, dass im Wesentlichen, aber es keine Stellen gibt, keine Zusätzchen. Also wir hätten in London zum Beispiel, wir waren zu zweit, wir hätten auch locker einen dritten noch gebrauchen können, um ein bisschen von diesem Rat Race entlastet zu werden. Aber das ging eben einfach nicht. Du nennst es auch Rat Race? Ja, ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Rattenrennen? Das klingt immer so dumm. Wir sagen immer Horse Race Journalism. Horse Race Journalism. Okay, in London sagt man Rat Race. Mit welchem Blick guckst du denn gerade auf die gegenwärtige Polen-Berichterstattung seit der Wahl? Das wollt ihr auch noch fragen, ja. Ach, das ist hochspannend, was in Polen im Moment passiert. Ich finde, dass das insgesamt im deutschen Fernsehen ein bisschen zu wenig vorkommt. Und soweit ich das jetzt mitkriege, ich gucke natürlich an. Also ZDF macht recht viel. Ich bin ganz überrascht, selbst so Proteste auf der Straße, also wir haben es schon mal behandelt, Proteste auf der Straße werden sonst sehr wenig behandelt. Also fast zu chinesischen Verhältnissen irgendwie, erst wenn Gewalt dazukommt. Aber jetzt bei Polen ein großer Auftritt von 200.000 Leuten auf der Straße und schon war es zwei Minuten ZDF-Thema. Ja, das ist ja auch richtig. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig, was da im Moment passiert. Ich meine, die haben diese Peace, das ist wirklich eine Partei, also dagegen, ja, das ist schon wirklich eine sehr gefährliche Partei. Gab es damals schon, ne? Gab es damals schon, ja. Ich habe auch die beiden Brüder, beide damals schon interviewt. Der eine war Bürgermeister von Warschau, beiden Kartoffeln, wie die Tazia mal geschrieben hat und damit unheimlichen Ärger diplomatisch verursacht hat. Nicht so schlimm wie Böhmermann, aber das war früher Vorläufer. Die gab es damals schon. Und das sind halt so, das sind wirklich, ja, Rechtspopulisten der schlimmsten Art. Und die hatten eben viel, viel Zeit, sich vorzubereiten, weil sie eben schon mehrfach in anderen Konstellationen an der Regierung waren, zu gucken, wie man so ein Staatsapparat wirklich übernimmt und machen das jetzt sehr systematisch. Und wenn da 250.000 Leute auf die Straße gehen, ist das eigentlich noch immer nicht genug, weil die machen jetzt erstmal einfach weiter. Die können ja, können ja, was sie wollen, die sind allein an der Regierung. Und ich finde das schon sehr beunruhigend, weil die eben nicht nur in die Gerichtsbarkeit eingreifen, die haben eben auch ja die ganzen Journalismus-Szene ausgetauscht. Und das geht schleichend. Und die haben noch, glaube ich, jetzt vier Jahre. Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung. Warum glaubst du wählen die Polen, PiS? Oder warum haben sie sie gewählt? Da gibt es aber mehrere Gründe. Und ein Grund ist ja bei Unzufriedenheit mit der alten Regierung. Was war das, so Tusk und so. Das ist unheimlich schwer zu, also ich habe das gar nicht glauben wollen, als ich das das erste Mal gehört habe. Weil die Polen, die ich kenne, die sind alle natürlich Jüngere aus Warschau, die würden die nie im Leben wählen. Und ich kann mir das eigentlich auch nur so erklären, dass das im Wesentlichen die Landbevölkerung war. Viele junge Polen sind ja auch in London und gar nicht mehr in Polen. Ich habe da nicht gewählt. Es ist wirklich irre, wie viele von denen unterwegs sind in Europa oder Amerika. Das ist ja eine ganz alte Tradition, fast wie in Irland. Viele von den Jüngeren haben nicht gewählt. Aber wir haben jetzt auch Kollegen, die Gabi Lesser von der Taz, die immer ganz engagiert schreibt über Polen, erzählt, dass doch auch viele Jüngere, die PiS gewählt haben, auch so einen seltsamen, uninformierten Politikverdruss. Die haben, glaube ich, gar nicht gewusst, was sie sich da einhandeln. Und es gibt so eine Gleichgültigkeit der Politik gegenüber, was unheimlich schade ist, weil die haben die ja noch gar nicht so lange. Die waren am Anfang so stolz auf ihre Demokratie. Das weiß ich noch, als ich da war. Aber wie sehr dieses Gefühl, dass sie endlich ihr eigenes Land selbst regieren können, das ist für die Polen ja auch was ganz in der Geschichte nicht selbstverständliches. Das war am Anfang mit so einem großen Enthusiasmus belegt. Und da ist irgendwie, ja, was seltsam. Weil eigentlich geht es Polen gut wirtschaftlich auch im Vergleich zu den anderen Osteuropäern. Also ich kann es mir wirklich gar nicht so ganz erklären. Eigentlich müsste ich mal wieder hinfahren und mich ein bisschen umgucken. Es ist eine seltsame Entwicklung. Wenn man im Internet so liest, hat man immer den Eindruck, dieser Flugzeugabsturz kam zu kurz außerhalb Polens. Also es scheint ja doch eher so ein 11. September-Moment gewesen zu sein, der sehr viele, wie soll man sagen, fast persönlich getroffen und politisch mitgerissen hat. Wo der eine Bruder, der Kaczynski-Bruder, gestorben ist. Einfach nur für unsere Hörer. Ja, das war natürlich traumatisch für den übrigbleibenden Zwilling. Und da war halt auch eine ganze, das war halt diese ganze Verschwörungstheorie. Die kam, glaube ich, aus Moskau, der böse Russe. Und das ist so zum Mythos aufgebauscht worden ein bisschen. Und das, ich glaube einfach, dass insgesamt, das ist halt, ich meine, die Rechtspopulisten sind ja überall auf dem Vormarsch in Europa. Und in Polen ist es eben auch passiert. Nur die sind eben besser organisiert jetzt, als die anderen im Moment noch. Und das ist daran bedenklich. Darf ich eine kurze naive Frage stellen? Was weiß der deutsche, also der Normalo, der deutsche Nachrichtenkonsument über Polen, oder nicht über Polen, was man über Polen wissen sollte? Ich glaube, die meisten Deutschen haben immer noch nicht so richtig verstanden, wie witzig, anarchisch und warmherzig die Polen sind. Dass die eigentlich sowas sind wie die Italiener des Ostens. Ich habe selten mich in einem Land so wohl gefühlt wie da. Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Also Warschau ist auf den ersten Blick grau, Stalinallee und alles sieht irgendwie düster aus. Und die Leute sind alle grau und gucken einen so ein bisschen mürrisch an auf der Straße. In dem Moment, wo man aber bei denen in die Wohnung eingeladen wird, was relativ schnell passiert, viel schneller als in England, ist das ganz anders. Man hat da dann wirklich Freunde fürs Leben. Und gerade wenn man sich so ein bisschen bemüht, das Land zu verstehen und Polnisch zu sprechen, was zwar wirklich schwer ist, aber nicht unmachbar, dann stehen einem da alle Türen und Herzen offen. Und ich habe das als ein ungeheuer warmherziges, witziges Land, ich habe selten so viel gelacht, die haben irren Humor erlebt wie Polen. Und wäre auch gerne da geblieben, aber das geht ja immer nicht. Wie lange braucht man, um Polnisch zu reden und auch mit den Leuten zu kommunizieren? Es ist echt schwer. Also ich bin relativ sprachenbegabt und war total arrogant, als ich damals nach Krakau gezogen bin. Habe gedacht, das lerne ich in vier Wochen. Und es war, nach vier Wochen konnte ich noch nicht mal unterscheiden, wo ein Wort aufhört und das nächste anfing. Gutes Piazzo. Ich saß in so einer Wohnung in der Altstadt in Krakau, wo außer mir, das war so eine spookige Altbauwohnung, das westliche Haus stand leer, ich hatte den Golf meiner Mutter mit und kam da an und dachte so, weil alle mir sagten, nicht mit dem Auto, du weißt doch, die Polen klauen unsere Autos nicht. Vorurteile kamen da an, stellte das Auto meiner Mutter den Golf vor die Tür, gehe in dieses Haus und sehe da so seltsame Jugendliche rumlungern in der Straße. Die mich dann auch schon so anguckten und sagten, ob das mein Auto wäre. Und ich so, ja, what's the problem, so quasi, da konnte ich ja noch kein Polnisch. Und die dann sagten, nee, nee, das kann da nicht stehen bleiben, das müssten wir in den Hof tun. Und dann stellte sich raus, das war die lokale Gang von Krakau, die Autoklauer Gang, die gab es durchaus. Die wollten aber nun, da ich ja in ihrem Haus war, mein Auto, in dem Haus setzen, was sehr nett war. Und die wurden dann so eine Art Bodyguards für mich. Das war sehr komisch, dieser Start-Info. Und ich habe dann wirklich nach, ich glaube, es war nach sechs Wochen mit, ich hatte Einzelunterricht, jeden Tag vier Stunden und habe dann nach sechs Wochen irgendwie gesagt, zu der Goscha hieß sie, wie die meisten Polinnen, Goscha, ich kann nicht mehr, ich gebe jetzt auf. Also konnte ich ihr noch nicht mal richtig erklären, weil die konnte kein Englisch. Ich habe ihr nur bedeutet, wir gehen jetzt mal in die Kneipe. Und da haben wir uns dann beide mit, wie man das so macht, klassisch in Polen, mit Wodka abgeschossen. Und am nächsten Morgen wurde ich wach und habe immer dieses, ich hatte immer das Radio an morgens, weil ich dachte vielleicht, oder schon nachts manchmal, weil ich immer dachte, vielleicht lerne ich es dann ja im Schlaf oder was weiß ich. Ich wurde jedenfalls wach, hatte den schlimmsten Hangover meines Lebens, höre dieses Radio und plötzlich, wie das ja manchmal so ist, wenn man aufgibt und loslässt, habe ich alles verstanden. Und ich verstand aber plötzlich, dass ich ein antisemitisches, polnisches, christliches Radio, nämlich Radio Maria immer gehört habe. Ich fand es aber auch, ich schneiderte vorher, ich fand es nur so angenehm, weil die so langsam sprachen. Analphabetisch. Und plötzlich, ja, und dann plötzlich war zumindest passiv, begriff ich plötzlich diese Sprache. Also irgendwo hatte ich dann doch was gelernt. Und es hat dann aber auch noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich richtig sprechen konnte. Was gut war, war damals, das Studio war ausschließlich, da waren ausschließlich Polen, die da arbeiteten und die konnten alle als Zweitsprache maximal Russisch, aber kein Englisch. Das heißt, ich hatte gar keine andere Chance, als von Anfang an mich durchzuschlagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zum Schluss konnte ich es dann nach drei, vier Jahren, muss ich jetzt mal ein bisschen angeberisch sagen, so gut, dass ich dann auch da im polnischen Presseclub war und immer die deutsche Politik den Polen erklären durfte. Und das war eine klasse Zeit, weil man dadurch so eine Botschafterrolle bekam. Ja, die Sprachbarriere ist dafür, dass die Länder so nebeneinander liegen. Das ist schon hart. Das ist die schwerste Sprache der Welt, habe ich mal aufgegeben. Ja, so andere Kontinente sind uns näher, ja, Amerika oder so. Selbst wenn man da nie war, ist es irgendwie einem so nah und Polen, obwohl man da eigentlich einen Zug steigen kann und rüberfahren kann, ist einem so fremd irgendwie, allein durch diese Sprache. Stefan war noch nie in Amerika, wir beide schon. Klar war ich schon in Amerika. Achso, doch, echt, ja. Ich dachte immer, du hast keinen Reisepass. Doch. Gut, dann muss ich mich korrigieren. Aber Annette, nachdem du in Polen warst, bist du dann nach Amerika gegangen, oder? Ja, dazwischen war ich nochmal zwei Jahre mit so einer Dokumentarfilmreihe in China und Indien unterwegs und Mali und Hawaii, einmal um die Welt. Wow. Das war so ein Dokumentarfilmprojekt, das lief dann irgendwann im Weihnachts-Sonderprogramm, Abenteuer Glück hieß das. Und das war die Idee, dass wir am Wendekreis des Krebses einmal um den Globus ziehen und Menschen porträtieren, die auf ihrer jeweiligen inneren und äußeren Suche nach dem Glück waren. Das war ein unheimlich schönes, märchenhaftes Konzept, aber mit einer der anstrengendsten Produktionen, die ich je gemacht habe. Danach war ich auch echt platt. Haben wir aber immerhin zwei Grimme-Preise für bekommen und eine International Emmy Award-Nominierung. Glückwunsch. Ja, das war super, also hinterher. Aber ihr seid nicht mit der Dunkelheit mitgezogen, oder? Nee, es war einfach nur wahnsinnig anstrengend. Und wenn man dann immer hin und her fliegt durch die verschiedenen Zeitzonen und nachdrehen muss, wenn man in Indien ist, muss man nach Mali, weil man da noch eine Szene braucht. Das war schon hart. Aber anyway, das war auch eine tolle Erfahrung. Und danach bin ich dann nach New York, also zwei Jahre später. Das ist auch lustig. Also in Polen gibt es eine Korrespondentenstelle und in Amerika hat die ARD gefühlt fünf, sechs, sieben. Ja, da sind mehr. Aber das ist auch nicht nötig da natürlich, weil die Berichterstattung viel breitflächiger ist. Also in Amerika ist es halt so, da gibt es das Studio Washington bei der ARD. Die haben, wie viel haben die? Vier, glaube ich. Vier Korrespondenten. Und im Fernsehen brauchst du aber wirklich. Also weil ich meine, das ist so eine umfängliche Berichterstattung, gerade auch jetzt wieder, wenn Wahlen sind. Und das Land ist ja auch nochmal ein bisschen größer als Polen. Das heißt, wenn man da rumreist, ist man erstmal eine Woche verschollen. Und dann gibt es noch ein kleines Studio in New York. Und das ist irgendwann mal begründet worden, weil, ich glaube in den 80ern, weil New York damals eben der absolute Place to be war. So ein Trendsetter für alles, für Kunst, für Pop, für Musik. Und das ist natürlich heute nicht mehr ganz so. Heute ist das hauptsächlich UN-Berichterstattung und Finanzen. Und das ist schon im Vergleich zu dem, was man aus Washington machen kann, relativ begrenzt. Insofern ist das halt, ja, ist das jetzt heute, finde ich, weil New York auch nicht mehr so wichtig ist. Ein Studio, wo nicht so viel los ist im Vergleich zu Washington. Deswegen ist da auch nur einer. Wie viele Zugänge haben jetzt so deutsche oder überhaupt ausländische Journalisten in Washington? Also wir wissen ja von Tilos Geschichten aus Berlin, so ausländische Journalisten sind hier eher so Touristen. Ja, das ist, wenn das in Deutschland schon den amerikanischen Journalisten so geht, dann geht das in Amerika auf ungleich andere Weise uns genauso. Also noch viel schlimmer. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Zugänge sind gleich null. Es interessiert in Washington die Politik nicht die Bohne, was ein europäischer Journalist denkt. Man kriegt auch wirklich so gut wie nie einen Interviewtermin. Und wenn man Glück hat, dann kann man sich in diese Thinktanks da einzecken und dann darüber ein bisschen was mitkriegen. Wow, so krass, ja? Also they don't give a shit. They don't give a shit. Also muss man wirklich sagen. Das war selbst in London teilweise so. Also ein Interview, selbst mit Boris Johnson, forget it. Ja, das ist für die einfach nicht interessant. Ich meine, die müssen halt sehen, dass sie ihre eigenen Wähler und ihre eigenen Medien bedienen. Davon haben die was. Die haben ja nichts davon, wenn sie, also vor allem in die Amerikaner, ich meine, warum sollte, ich meine, es gibt es ab und zu mal, ne? Also ich glaube, Klaus Kleber oder Tom Buro, die hatten mal ein Interview mit. Aber das ist dann alle paar Jahre und das ist dann Weihnachten und das war es dann aber auch erstmal wieder. Zehn Minuten dann, ne? Maximal. Und dann eiern die schon hinten rum. Ich habe mal ein Interview mit George Clooney aus Versehen gekriegt. Das war klasse in New York, aber das war mehr so ein Zufall. Da hatten die nämlich den in der UNO als Sonderbotschafter und die ganze PR-Truppe von der UNO hatte irgendwie vergessen oder hatte, glaube ich, die Journalisten für den falschen Tag bestellt. Und dann war es halb neun, Clooney sollte um neun Uhr da sein und keiner war da. Und dann riefen die ganz verzweifelt alle Journalisten in der Nähe der UNO und unser Büro ist direkt gegenüber an und sagten, könnt ihr nicht ganz schnell kommen? Wir haben George Clooney. Und ich so, ja klar, verarschen kann ich mich selber. Und habe wieder aufgelegt. Dann rief die nochmal und sagte, nein, es ist mein Ernst, 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 komm bitte. Wir brauchen jemanden, der den interviewt, sonst wird uns der Kopf abgerissen. Dann bin ich natürlich ganz schnell rüber. Ich dachte, das sind ja nur zehn Minuten. Und dann kam die da tatsächlich an und wir haben es eine halbe Stunde auf dem Büro der Pressetante, auf dem Büroschreibtisch. Und da halten wir noch nicht mal ne Interview-Ecke. Das war so surreal. Aber das ist dann eher so zufällig. Ich meine, an Clooney kommt man schon normalerweise. Also die großen Film- und Popstars, da kommt man ran, wenn die was verkaufen wollen. Aber das war ganz witzig. Aber nochmal, um zurückzukommen. Also Politik und Zugang zu amerikanischer Politik ist für europäische Journalisten extrem schwer. Aber wie hast du denn da gearbeitet, wenn du kein Privileg als außerirdischer Journalist hattest? So muss man es ja sagen. Ach, du machst ja auch andere Sachen. Also ich meine, ich war ja in New York, ich war nicht in Washington. Und in New York habe ich halt viel Reportagen gemacht und habe viel so beschrieben, wie die Stadt kaputt geht in der Gentrification, also in dieser Gentrifizierung, die damals schon losging, als ich da war. Ich war 2008 bin ich, 2008? Nee, 2006 bin ich da, glaube ich, hin. Und da ging das, das war die Zeit, als New York, das war nach Bloomberg, nach 9-11, wo eben New York immer, immer steriler, also das, was jetzt im Moment auch in London passiert, immer steriler, immer künstlicher wurde. Und diese alten, scruffy, rauen, spannenden Ecken, also diese alten New York, Urban Jungle einfach verschwand. Und darüber habe ich viel längere Reportagen gemacht. Du musst ja nicht nur Politik machen. Ich habe ein bisschen, also ich stelle jetzt mal meinen Eindruck von dem, was ich von ARD-Korrespondenten in Amerika höre, dass das zu 97 Prozent Geschichten sind, die sie bei Fox News gesehen haben, bei MSNBC. Da wird dann irgendwie genau dasselbe erzählt, wie den Amerikanern über diese Nachrichtensender. Und da gibt es irgendwie sehr, sehr wenig Eigenes. Also das liegt vielleicht auch daran, dass wir zum Beispiel uns sehr viel mit amerikanischer Politik befassen und dann ein bisschen auch Hintergründe wissen, wie da medial funktioniert wird. Und mir kommt es immer so vor, als ob die meisten ARD-Korrespondenten immer nur das nachplappern, was sie dann halt aus dem Fernsehen in Amerika gelehrt haben und nicht durch eigenes zutun. Aber da kann man ihnen wahrscheinlich auch gar keinen Vorwurf machen, oder? Ja, also ich meine, das kann ich jetzt so natürlich nicht stehen lassen. Das sind ja meine Kollegen. Das glaube ich auch nicht, dass die, also das ist auch nicht so, das weiß ich auch teilweise. Also die versuchen sich schon so gut es geht zu informieren. Und die kommen ja auch an Hintergrundinformationen ran, eben wie gesagt über die Thinktanks und so weiter. Nur der direkte Access zur Politik ist schwierig. Aber es gibt ja auch noch immer Low-Key-Politicians und man fährt ja auch viel raus. Also das glaube ich nicht, dass die einfach nur, also da bin ich mir sicher, dass die nicht einfach nur erzählen, was die im Fernsehen sehen. Das wäre ja ein wirkliches Armutszeugnis, das tun die auch wirklich nicht. Aber es ist natürlich so, das ist so ein Riesenland und vier Korrespondenten, es ist nicht so viel. Und du bist natürlich dadurch, dass die Nachfrage so extrem hoch ist von Deutschland jetzt im Moment, wenn du mal guckst, was die raushauen müssen jeden Tag. Die können sich natürlich teilweise dann in solchen Situationen und müssen sich da hauptsächlich über die Nachrichtenagenturen informieren. Aber die haben schon eigene Kontakte und auch Hintergrundgespräche, wo die hingehen. Das ginge ja gar nicht anders. Jetzt bist du in New York gewesen und da frage ich mich, warum hast du Donald Trump nicht interviewt, Annette? Tja, weil der damals noch nicht Präsident werden wollte. Aber der war doch auch damals schon super interessant. Ja. Ich meine, der hat ja eine 30-jährige Geschichte bei Letterman und so aufzutreten. Und auch da, wenn man jetzt guckt, was er damals gesagt hat, die Agenda, die er jetzt hat, abzüglich der Wall und so weiter, schon vorzustellen, sich Sorgen um Amerika zu machen und so. Ja, aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, der wird mal Präsidentschaftskandidat, den hätte ich sofort in die nächste Psychiatrie geschickt. Also insofern, das ist mir nie so richtig, also der ist damals war der ja auch nicht so. Klar, im Nachhinein wäre das spannend gewesen, aber damals nicht. Verfolgst du den Wahlkampf? Begrenzt, also soweit man das von hier verfolgen kann. Also ich, wie alle, also ich lese halt und wundere mich und ja, und es macht natürlich einem große Sorgen, die Vorstellung, dass er das möglich macht. Also das kann man ja wirklich nicht mehr ausschließen. Aber muss man da nicht sagen, also wir haben jetzt über ein Jahr hier heute schon alle Tagsthemen geguckt. Ich gucke immer auch immer ab und zu das Mittagsmagazin. Ein echter User. Ja, ja, weil wir uns immer sehr Sorgen machen über jetzt ist es wirklich Donald Trump und so weiter. Ich fand ja, vor allem die ARD ist drum rum gekommen, uns eigentlich mal Ted Cruz vorzustellen. Und Sanders. Ja, ich meine jetzt wirklich mal Ted Cruz, weil wenn Trump jetzt nicht, wenn er gesagt hätte, ach, ich habe was anderes vor meinem Leben, ich kaufe mir lieber eine Insel oder so weiter, ja, dann wäre der Kandidat jetzt Ted Cruz. Und inhaltlich wären die Gründe dreimal so groß gewesen, sich darüber Sorgen zu machen. Jetzt ist es Donald Trump, wir können es immer noch lustig machen über Donald Trump, aber um Ted Cruz Berichterstattung ist die ARD eigentlich drum rum gekommen. Ich finde das sehr schade, weil das hätte ich gerne erlebt, wie man uns in der ARD Ted Cruz vorstellt. Ja, du, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe das so genau nicht verfolgt, aber das ist ja jetzt auch völlig hinfällig. Ja, eben, das finde ich aber schade, dass es jetzt so hinfällig ist. Jetzt kann man wieder in diesem alten Muster, ach, der Donald Trump ist ja komisch. Man erwartet eigentlich, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Du warst ja auch zu der Zeit, als Hillary Clinton noch Senatorin von New York war in New York. Ja, ja, ich habe die auch mal, ich war auch da, als sie gegen Obama verloren hat und habe sie in der ganzen ersten Runde damals in dem Vorwahlkampf, also dasselbe, was sie jetzt wieder macht, habe ich sie, ich glaube, sechs Wochen begleitet. Das war interessant damals und auch dramatisch, weil sie ja da eben auf grässliche, also für sie traumatische Weise verloren hat gegen Obama, der ja ein totaler, ja, so ein totaler Newcomer war und völlig, also niemand hat geglaubt, dass der das machen würde. Ich weiß noch, wie ich mal zufällig in Iowa, da waren die in zwei Zelten, also Hillary da, Obama da und aus Versehen bin ich ins falsche Zelt gekommen und die Hillary-Pressetruppe war immer unglaublich unfreundlich zu den Journalisten. Das war auch mit einer der Gründe, warum sie, glaube ich, damals so eine schlechte Presse hatte am Ende. Und ich war durch Zufall, landete ich, also aus Versehen, glaube ich, in dem Obama-Lager-Zelt, durch die Hintertür bin ich da irgendwie aus Versehen reingestolpert und mir kam ein ganzer Haufen von jungen Presseleuten entgegen, die alle sagten, oh, it's so great, you're here, you're a journalist, just come over, komm mit uns, wir bringen dich zur Bühne. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann brachten die mich zur Bühne und dann steht da Obama und ich dachte, aha, interessant, aha. Also der hatte halt eine ganz andere Pressearbeit, ganz andere Ringehensweise. Und da hätte man schon ahnen, dass das möglicherweise eben doch schief gehen könnte für Hillary. Aber was heißt genau begleitet sechs Wochen, weil das Typische, was man so kennt, also ich jetzt mehr aus Serien, ja, West Wing oder sowas, es findet diese, also die Tour durch Amerika statt, das Kandidaten und dann fährt mit einem gewissen Abstand, fahren die Busse hinterher und Zugang zwischen den Bussen hinten und dem Kandidaten vorne ist quasi nie gegeben. Niemals, ja, in keiner Sekunde. Begleiten meine ich auch nicht, dass ich ihn neben ihrem Bus gesessen und in die Hand gehalten hätte. Das ist der Traum für den Journalisten. Das lassen Sie noch nicht mal amerikanische Journalisten machen. Davon träumen Journalisten, ja. Händchen halten. Nicht, ob ich davon geträumt hätte, aber das war natürlich nicht. Nein, nein, begleiten, das klingt immer so. Man sitzt da in so einem Bus, klar, und fährt immer hinterher und sieht, wenn man Glück hat, im Monitor oder ganz von Weitem. Man schickt natürlich auch erstmal den Kameramann vor, wenn man irgendwo aussteigt und es einen Termin in dem Diner oder Deli gibt, wo sie dann irgendwie, ja, einen Kaffee trinken. Das ist hoch inszeniert und das war damals eben vor allem bei der Hillary-Truppe wirklich extrem. Die waren so unfreundlich und ruppig zu den Journalisten. Das war, glaube ich, wirklich einer der Gründe, warum sie gescheitert ist damals. Ich habe jetzt auch von Kollegen gehört, dass das diesmal anders ist, also dass sie sich große Glück geben, nicht so rough. Man spürt halt einfach, dass Hillary so, also hat man damals gespürt, dass sie eben so eine lange Leidensgeschichte hat mit Journalisten, die nicht immer, wie oft übel gewollt haben. Und das ist richtig durchgeströmt auf ihren Pressedruck, der uns behandelt hat, als ob wir ihr was wollten. Obwohl meistens einfach nur ganz neutral oder sogar in meinem Fall, ich war eigentlich positiv neugierig, also auf die Frau. Aber wenn man dann irgendwie sechs Wochen behandelt wird wie der letzte Wegelagerer, dann fängt man natürlich auch irgendwann an, selbst wenn man es nicht will, nicht mehr ganz so euphorisch zu sein. Bevor wir nach England gucken, nochmal eine Frage, überraschen dich die Trump-und-Sanders-Bewegung? Nein, gar nicht, weil das passt ja eigentlich, ich meine, das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die wir in Europa auch haben. Ich meine, damit sind wir dann auch schon in England. Boris Johnson ist zwar etwas gebildeter als Trump, aber die Haare sind ähnlich und vieles anderes auch verweichbar. Also nein, überrascht mich nicht. Ich glaube, das ist einfach etwas, was in diesen, ja vielleicht liegt es auch an diesem, ja nicht nur an der immer viel beschworenen Globalisierung und dem Internet und das alles immer schneller und unübersichtlicher wird. Die Leute haben ein Bedürfnis, in eine kleine, überschaubare, begrenzbare Welt zurückzukehren und das versprechen diese Leute. Meinst du wirklich, dass es so ein, die geben zu einfache Antworten und so weiter? Weil ich erlebe bei Trump eigentlich, der sagt den Leuten halt, ihr habt irgendwie recht mit euren kleinen, großen Klagen, egal wie individuell oder philosophisch weitragen die sind, ja, hier ist was grundsätzlich kaputt. Wir wissen noch nicht genau was, aber vertraut mir mal, wenn ich Präsident bin, regele ich das irgendwie. Dann finden wir es heraus, zusammen. Ja, ja, irgendwie so. Also so ein Angebot, gar nicht so ein Versprechen, nur so ein Angebot. Bei mir könnt ihr euch die Wut, ja, könnt ihr hier abladen und so weiter. Ja, klar, nein, ich meine, der verspricht halt vor allem der abrutschenden weißen Mittelklasse, dass er ihnen helfen wird. Es ist aber auch die, die von dieser Globalisierung am meisten betroffen ist, denen es auch anders ging. Aber die eben auch wirklich abrutscht, ja? Also die jetzt nicht irgendwie so, die rückgeführt wird durch einen Ratenfänger oder so, sondern... Nein, nein, ich wollte auch nicht sagen, dass das nicht eine reale Entwicklung ist. Natürlich, ich meine, gerade in Amerika, also wenn man da im Süden unterwegs ist, also diesen sogenannten White Trash, also die abgerutschte weiße Lower Middle Class, das ist schon mittlerweile in einem Ausmaß, das ist eine Wählerschicht, die wirklich ernsthaft Trump nützen kann. Und in London hat jetzt ein Menschenrechtsanwalt gegen einen Milliardär verloren, ja? Ja, das ist... Was bedeutet das? Äh, äh, genau, genau, genau. Sehr dick. Ach, das ist eigentlich... Ja, erstmal ist das natürlich eine wunderschöne Geschichte, ne? Der Sohn des Busfahrers und der Näherin gegen Zach Goldsmith, der der Sohn eines Finanz... also Milliardärs, muss man sagen, Finanzinvestors ist. Das war aber gar nicht so sehr allein die Geschichte. Also ich meine, der Hauptpunkt war einfach der, dass London in der Zeit jetzt, wo Boris Johnson Bürgermeister war, immer unbewohnbarer geworden ist für den normalen Briten. Und ich kenne kaum mehr, äh, und ich habe viele, viele, viele Freunde in London und kaum mehr normale, sag ich mal, jüngere Londoner, die sich ihre Stadt noch leisten können. Und die müssen alle raus. Alle. Und wenn die erst recht, wenn die eine Familie gründen wollen, weil dann geht es gar nicht. Die ziehen nach Brighton, nach Bristol, nach Hastings, nach Margate. Also raus, richtig weg. Weil selbst der Speckgürtel drumherum schon so teuer ist, dass keiner mehr da leben kann. Und das ist eine Entwicklung, die mittlerweile wirklich richtig dramatisch geworden ist. Und das geht so nicht weiter. Und Boris war das völlig egal. So lange Geld in die Stadt kam, prima. Völlig wurscht von wo. Und das hat halt dazu geführt, dass, ähm, ja, dass sich die Londoner, die Briten, die eigene Bevölkerung, ihre Hauptstadt nicht mehr leisten kann. Und das ist die, äh, dieser, äh, diese große, offene Wunde, in die der Sadekern auch reingegangen ist, zu Recht. Der gesagt hat, ich werde mich darum kümmern. Ich werde 80.000 Wohnungen bauen. Ich weiß zwar nicht, wie er das hinkriegen will, aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde mich darum kümmern, dass es endlich, äh, so etwas wie Rent Control, wie eine Mietenbegrenzung gibt. Oder wie man das auf Deutsch nennt. Also, dass, dass eben nicht die Mieten einfach, die Wucher, die haben ja Wuchermieten. Die können die jedes Jahr erhöhen, wie man will. Man fliegt dauernd aus der Wohnung raus. Es ist unfassbar. Und das, das ist der Punkt. Die haben einfach gesagt, wir brauchen jetzt nicht nochmal so einen blonden Tory, so einen blonden Konservativen, der dann noch nicht mal so witzig ist wie Boris und der diese Entwickler nochmal weiter treiben wird oder sich nicht kümmert. Wir brauchen wirklich jetzt Labour. Wir brauchen jemanden, der dagegen hält. Und das ist das Erfolgsrezept gewesen. Und es ist natürlich auch toll, dass diese Schlammschlacht, die, ähm, die Konservativen ganz am Ende nochmal versucht haben, gegen ihn, ihn nämlich in die Ecke der, äh, der islamistischen, ähm, Extremisten zu stellen. Dass das voll nach hinten ausgegangen ist. Um mal ganz kurz bei der Chronologie zu bleiben. Wann bist du nach London gewechselt? Äh, 2000. 2008, glaube ich. Okay. Glaube ich, ja. 2008. Hast du das freiwillig gemacht? Oh ja, sehr. Warum, warum wolltest du England? Das ist eine umkämpfte Stelle, ne, in London, oder? Nicht so wie Warschau. Ja, also, ja, nee, klar. Also auf jeden Fall, Warschau war nicht so umkämpft. Nee. Ach, das war, das war, ähm, das war eigentlich vor allem deswegen, weil ich das Angebot bekam, als ich damals in New York war. In New York habe ich mich ein bisschen gelangweilt, denn da war nicht... Trotz New York. Ja, New York ist nicht mehr so spannend. Also das ist noch der Mythos, der dieselt noch immer nach, aber im Grunde ist das eine Stadt, in der kulturell ist nicht halb so viel los wie in London. Von der Berichterstattung ist das halt eine kleine, das ist Lokalzeit New York, was man da macht, ne? Weil das gesamte restliche Amerika wird zumindest in der ARD vom Studio Washington abgedeckt. Und man hat da ein relativ kleines Berichtsgebiet in der Stadt, die ihre besten Zeiten hinter sich hat, weil sie totgentrified ist, also wie sagt man, totgentrifiziert. Und ich war da drei Jahre und hatte da auch alles so gemacht, was mich interessierte. Und dann kam das Angebot, nach London zu gehen und das fand ich eigentlich toll und habe gedacht, klasse, das ist jetzt wieder eine Stadt, die ist erstens größer, also die ist einfach auch, da ist viel mehr los. Und man hat auch wieder die ganze nationale Berichterstattung, man hat ein ganzes Land, was man wieder covert, nicht nur eine Stadt. Und Schottland und Irland und das ist einfach ein riesen, auch thematisch ein riesen Berichtsgebiet. Man hat die Queen, das macht ja auch immer mal Spaß, die Rolls. Oh Gott, das musst du auch machen? Ja, ab und zu, also nicht jetzt als Royale. Queen ist doch toll, oder? Ich mag das Queen, die erinnert mich an meine Mutter mit ihrer deutschen Betondauerwelle. Wir haben immer so eine Podcast-Fede, Stefan ist immer so, der findet das Queen-Dasein und den Monarchismus gar nicht so schlimm, ich bin ja immer so, weg damit. Thilo hat das falsch formuliert, Thilo sagt, ich finde das gar nicht so schlimm, ganz anders. Ich finde, noch nie war die Queen so bedeutend wie heute, weil sie noch nie so eine große Bühne hatte, so viele Menschen erreicht hat, sie spricht Englisch, sie spricht für das ganze Commonwealth, sie spricht für die ganze Welt, nur der Papst kommt eigentlich noch da dran. Ja, selten, aber dann bedeutend, also keiner kann dran vorbeigehen. Also ich meine, man kann das so, ich meine, ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt ganz ernsthaft reden würde, würde ich sagen, wofür braucht man die Rolls, aber andererseits, also ich wäre da auch eher republikanisch drauf, aber auf der anderen Seite, wenn man mal überlegt, was die, was die für ein Income-Factor sind, die Rolls, ich meine, wie viele Touristen kommen nur um den Buckingham Palace und die Queens, das ist einfach ein süßer Brandbuch. Ja, und Charlotte und so weiter, also das ist einfach ein riesen Image-Boost, den die Briten dadurch kriegen und einfach unter Tourismus-Gesichtspunkten kann man die gar nicht mehr abschaffen. Ja, es gab jetzt, Cameron ist ja irgendwie ausgeschaltet worden von Obama, also vor allem Michelle Obama, die gemeinsam mit Prinz Harry und so jetzt große Medienauftritte macht und so weiter. Also die Politik kommt ja echt unter die Räder, ja, in diesem Medien Aufmerksamkeitsökonomie-Gedöns da. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, bevor wir mal in den Brexit einsteigen. Gibt es so eine Hierarchie unter ARD-Korrespondenten? Also sind die in Washington und London so die coolen Korrespondenten und der Typ in Kairo und in Warschau und in Moskau sind so, Och, naja, ihr da. Das ist eine süße Idee. Nee, eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass du in einem bestimmten, also in manchen Studios wie in Washington oder Moskau viel öfter im Programm bist, also in dem Programm, was alle gucken, also Tagesschau, Heute-Journal oder was. Aber warum? Also da passieren dann jetzt nicht viele wichtigere Dinge oder automatisch relevantere Dinge. Da passiert mehr News. Aus deutscher Sicht? Ja, aus deutscher Sicht, natürlich. Aber ich meine, die Redaktionen entscheiden ja aus deutscher Sicht. Die gucken sich ja an, was interessiert die deutschen Zuschauer. Und dann nehmen die da eben Themen und schalten rein, wo sie der Meinung sind, dass die Deutschen interessiert. Ob man wirklich den amerikanischen Präsidentschaftsvorwahlkampf so breit bringen muss, wie wir es im Moment tun, da kann man sich sicher drüber streiten. Aber das ist halt die, da hast du ja auch nichts zu sagen als Korrespondent. Da bist du draußen und machst, was die sagen oder beziehungsweise machst nix, wenn die nix von dir wollen oder machst was anderes. Aber es ist ja auch nicht, es ist nicht so, ich meine jetzt zum Beispiel die Kollegen in Asien, also die Singapur, Tokio, in Peking sitzen, die sind natürlich viel seltener im Programm, weil die auch viel mehr reisen müssen. Aber das sind natürlich auch coole Jungs und Mädels, weil die haben wahnsinnige Berichtsgebiete und machen dann ganz tolle, lange Reportagen. Aber in den Nachrichten machen sie immer nur Katastrophenberichterstattung. Ja, nee, klar. In den Nachrichten kommst du nicht so viel vor, wenn du in Singapur oder Tokio bist. Da ist ja auch wirklich so viel an News passiert. Das sind da einfach nicht. Für uns, aus unserer Sicht. Ja, weiß ich nicht. Singapur ist schon so ein Ort, ja. Also die größten Häfen der Welt und so. Das findet ja alles da statt. Das sind keine News. Und ich meine, gesehen und richtig vorkommt, also auffallend tust du in den Studios, wo du viele News in der Tagesschau hast. Und das sind eben eher die großen Washington. Aber die Korrespondenten definieren sie jetzt nicht dadurch, wie oft sie in den Tagesthemen vorkommen oder was? Es mag solche Korrespondenten auch geben, aber die kenne ich nicht. Warum, warum, also wir haben ja viele Hörer, die immer so vermuten, und uns ist es auch schon aufgefallen, warum werden so viele Washington-Korrespondenten der ARD Tagesthemen-Moderatoren? Waren das so viele? Ich glaube, Thomas Roth. Naja, Tom Büro, Thomas Roth, Ingo Zamparoni. Tja, interessante Frage. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, Zufall. Also, glaube, kein System dahinter. Okay. Kommen wir mal zum Brexit. Ja. Findet das statt oder nicht? Ach Gott, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen mit euch eine Stunde. Ratschen. Nein, keine Ahnung. Dann wärst du jetzt auf dem Sender, ja? Wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt auf dem Sender irgendwo. Nein, ich bin ja auch bei euch auf dem Sender. Nein, aber ich, keine Ahnung, es ist wirklich, wirklich völlig unklar. Ich habe immer noch letzten Endes das Gefühl, so blöd sind die Briten nicht. Das werden sie nicht tun. Das werden sie auch vor allem sich selbst am Ende nicht antun. Und ich hoffe einfach, dass im Moment diese Umfragen, wie bei Schottland damals bei dem Referendum, einfach daran deswegen so knapp sind, weil die Leute sich noch nicht wirklich entschieden haben. Und dass am Ende dann doch die Angst vor dem Ungewohnten oder dem Ungewissen, in das sie ja springen würden, viele zurückzucken lässt. Also ich habe immer noch die Hoffnung, weil ich das wirklich überhaupt nicht gut fände persönlich, dass das doch, dass sie doch am Ende fürs Drinbleiben abstimmen. Aber ich würde darauf nicht meinen Kanalboot oder meine Großmutter fragen. Aber wär's denn, also mal ernsthaft gefragt, wär's denn so schlimm? Ich glaube, ja. Also ich glaube... Für beide Seiten, also für EU und für die Briten, ja? Ja, also ich glaube, für die Briten wär's schlimmer als für die EU. Warum? Erstmal, weil, ähm, weil ökonomisch das überhaupt keinen Sinn für die macht. Es gibt diese ganze, das ganze Auseinanderfummeln von Großbritannien und der EU, das sind, das wird über, das wird sich über 10, 15 Jahre hinziehen. Die haben, es gibt über 12.000 Regeln, Gesetze und Vorschriften, die neu verhandelt werden müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ganz neue Handelsverträge und so. Ja, also alle möglichen Geschichten, Import, Export, Zölle, Zollvorschriften, ähm... Dann gibt's ein neues Bri-Tipp. Dann gibt's einen Bri-Tipp. Ein was? Nicht einen T-Tipp, sondern einen Bri-Tipp, ein britisches... Ja, das müssen wir alles teilweise neu dann auch nicht nur mit einer, also nicht nur mit Brüssel, sondern mit den jeweiligen Ländern bilateral neu verhandeln. Genau. Das ist der absolute Albtraum und es wird über Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, eine solche Unsicherheit schaffen, dass natürlich kein Investor da investieren wird, solange nicht klar ist, unter welchen Bedingungen. Dann die Hauspreise zum Beispiel, das wäre mal ein guter Nebeneffekt, würden runtergehen, weil erstmal keiner dahin, man weiß ja auch gar nicht, muss man da ein Visum haben, wie funktioniert das in Zukunft? Und das wäre für die Briten eine Katastrophe. Dann würden als nächstes, würde Schottland sagen, jetzt wollen wir aber nicht mehr mitspielen, endgültig nicht. Die Schotten wollen ja überhaupt nicht mit den Engländern spielen eigentlich. Deswegen wollten die ja schon mal raus aus dem Vereinigten Königreich 2014. Das ist damals so gerade nochmal gut gegangen. Nur die sind eben zum Beispiel mehrheitlich, die Schotten sind proeuropäisch. Ja, die würden dann in die EU wieder eintreten. Genau, die sind ja super sauer, dass sie damals, also die schottische Nationalpartei, das muss ich jetzt mal richtig erklären, weil das ja immer keiner so richtig auf dem Schirm hat in Deutschland. Die schottische Nationalpartei ist keine rechtspopulistische nationalistische Partei, sondern eine linke nationalistische Partei. Das ist eine sozialdemokratische Partei, sage ich mal. Also eher wie Leber. Genau. Und die hassen niemanden mehr als diese arroganten, konservativen Engländer in London. Also diese Catherines und Osbournes. Deswegen wollten die damals schon raus. Jetzt ist es so, dass diese arroganten Engländer tatsächlich jetzt möglicherweise verursachen könnten, dass dieses ganze Königreich aus der EU raustritt. Die Schotten wiederum fühlen sich aber der EU verpflichtet. Und das ist die absolute Steil- und Edelvorlage für die, dann zu sagen, so jetzt müssen wir unser Referendum aber nochmal machen. Und das wäre der nächste Punkt. Es kann gut sein, dass dann auch noch das Königreich auseinanderbricht. Das hat dann auch wiederum grässliche Implikationen. Was ist mit Nordirland? Nordirland hat dann plötzlich eine Grenze zur EU und muss Zölle einführen zu Irland. Irland ist ja EU. Also was das für ein Chaos mit sich führen würde, völlig ohne Not. Das kann für England oder für Großbritannien überhaupt nicht gut sein. Und für Europa ist es auch nicht gut, weil das natürlich die Rechtspopulisten, ich meine Marine Le Pen applaudiert ja jetzt schon im Vorhinein, unheimlich stärken würde. Es würde im Grunde, es würde auch in Polen, die würden auch sagen, hier, da könnt ihr mal sehen, das muss man ja gar nicht, man muss ja gar nicht mitmachen. England, Großbritannien ist der zweitgrößte Nettozahler. Das würde auch für Deutschland heißen, eine Menge mehr Geld einzahlen in die EU. Es gibt überhaupt gar keinen wirklichen Grund, warum das gut sein sollte. Hat Kemmern da einen Fehler gemacht, indem er das einfach direkt demokratisch entscheiden wollte? Völlig, ja. Das war idiotisch. Also das hat er ja im Grunde auch nur gemacht, um diesen ewigen Druck aus seiner eigenen Partei, ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu lassen. Das war wirklich damals ausschließlich aus parteiinternen Überlegungen, dass er gesagt hat, weil die ihm einfach so auf den Keks gegangen sind, diese ganzen nationalistischen Brexiteers in seiner eigenen Partei. Im Grunde ist das, Kemmern hat im Grunde die Ruhe oder die Hoffnung auf Ruhe in seiner eigenen und Frieden in seiner eigenen Partei, ja, der die Aussichten dieses Landes geopfert. Also da hat die Zukunft von Großbritannien aufs Spiel gesetzt, um Ruhe in seiner eigenen Partei zu haben. Und noch nicht mal das wird aufgehen. Weil selbst wenn es jetzt dabei bleibt, dass Großbritannien in der EU bleibt, die werden weitermachen und die Partei wird trotzdem auseinanderfliegen irgendwann. Der Druck im Kessel, den hast du gerade angesprochen. Anders als zum Beispiel die deutsche CDU, die deutschen Konservativen, die sind ja pro EU. Warum ist es bei den britischen Konservativen anders? Also ich meine, seitdem ich denken kann, bekomme ich mit, dass die Briten EU-kritisch sind und immer die Sorgenkinder der EU waren. Erstens, warum ist das anscheinend schon immer so? Und zweitens, warum sind die Briten da anders, also die britischen Konservativen anders als die CDU zum Beispiel? Also erstmal war es gar nicht immer so. Das hat, das war... Stimmt, Thatcher hat es doch durchgesetzt. Thatcher hat sogar noch... Ja, Thatcher wollte am Anfang unglaublich gerne rein. Nein, im Gegenteil, es war eigentlich ursprünglich andersrum. Es war nämlich so, und das ist ganz interessant, und das muss man auch wissen, wenn man das verstehen will. Die Briten haben nach dem Zweiten Weltkrieg schon in den 60er... Erstmal wurde die EG ja gegründet von den sechs Gründungsstaaten, das waren Kontinentaleuropäer. Die Briten haben ziemlich bald gesagt, wir würden da gerne mitmachen. Dann haben aber die Franzosen und insbesondere de Gaulle zweimal diesen Antrag auf Mitgliedschaft abgelehnt, und zwar 64 und 67 war das. Und haben zweimal gesagt, nö, also diese Briten, die haben so eigenwillige, seltsame Gewohnheiten, hat die Gole wirklich damals gesagt, die sind so ein spinnertes Inselvolk, die wollen wir hier nicht dabei haben. Die machten alles durcheinander. Das war eine ungeheure Demütigung damals für die Briten. Und die haben aber immer weitergemacht, weil sie sagten, wir wollen dazugehören. Wir wollen in diesen Club, wo wir uns dann eben bei einem Whisky und einer Zigarre Handelsvorteile beschaffen können. Die wollten nie in die EU wie heute, aber die wollten zu diesem Club dazugehören. Und dann ging das eigentlich, das ging erst, als de Gaulle abgetreten war, 73, hat es dann eine Labour-Regierung geschafft, dass sie tatsächlich beim dritten Anlauf aufgenommen wurden. Das heißt, die Briten kamen wahnsinnig spät dazu. Das ist ja auch schon mal nicht schön, wenn man dreimal, zweimal abgelehnt und erst beim dritten Mal dann mitspielen darf. Da war schon so ein Boden für das Misstrauen gelegt. Und dann haben sie auf diese Art und Weise eben diese ganze Gründungsgeschichte, sie waren nie an dieser Gründungsgeschichte der EU, der EG beteiligt. Und die haben nie diese Phase des Wirtschaftsaufschwungs und Wirtschaftswunder, wie der Kontinent sich eben erholt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Das haben die nur von draußen angucken können. Und die sind erst Mitte der 70er beigetreten und damals dann in einer wirtschaftlich extrem schwachen Situation. Damals galten die Briten als der kranke Mann Europas, Mitte der 70er. Und das heißt, während Europa, Kontinentaleuropa, schon auf dem Aufschwung war, gemeinsam durch dieses Projekt EG oder EEG, wie das hieß, kamen die ganz spät dazu als wirtschaftlich humpelnde Nation und haben sich natürlich von Anfang an immer so ein bisschen übervorteilt oder waren immer so ein bisschen suspicious. Was ist das da, dieser Club, die jetzt nicht wirklich haben wollten, wir sind in einer schlechteren Situation und haben von Anfang an immer geguckt, dass sie da nicht übervorteilt werden. Und das ist ganz wichtig, wenn man das weiß und versteht, dann kapiert man auch, woher diese Grundsätze, dieses grundtiefe Misstrauen dieser EU-Gegenüber kommt. Und das ist bei den Konservativen erst im Grunde mit Thatcher gekippt, übrigens. Die Konservativen waren extrem pro-europäisch. Das hat sich erst mit Thatcher geändert, die sich immer übers Ohr gehauen fühlte, wenn sie nach Brüssel reiste und dann eben mit der Handtasche zurückschlug. Und die wurde dann ganz anti-europäisch, wobei die wollte nie austreten. Und die heutigen Konservativen, diese Entwicklung ist eigentlich erst in den 80er, 90ern passiert, dass die so anti-europäisch wurden. Obama hat ja bei seinem Besuch gesagt, liebes Großbritannien, wenn ihr nicht in diesem europäischen Club gehört, seid ihr für uns sehr viel unwichtiger. Ja, ja. War das noch jemanden? Back into the queue, der ist es total nach hinten losgegangen, muss ich mal sagen. Also wenn man den Briefen irgendwie nicht, also wenn man irgendwas in Großbritannien nicht tun sollte, dann unhöflich und direkt und aggressiv sein. Und das war viel zu direkt, das war arrogant und das, glaube ich, hat der Sache nicht unbedingt gut getan. Es gibt ja in Großbritannien auch diese Britons First Partei irgendwie. Der ist jetzt der eine. UKIP meint ihr, oder? Nee, es gibt noch eine rechtere als UKIP, glaube ich. Es kann auch UKIP sein. Jedenfalls bei den Bürgermeisterwahlen standen ja alle Kandidaten auf der Bühne und dann wurde Kahn als Sieger ausgerufen. Und als er dann ans Rednerpult trat, drehte sich der eine um und stellte sich mit dem Rücken zu ihm. Ach so, ja. Was ich auch für kontinentaleuropäische Rechten extrem krass finde. Ja, naja, das war irgendeine lokale, reich rassistische Partei, ja. Aber das ist wirklich, ich meine, insgesamt, nee, das braucht man nicht groß, das ist nicht wichtig. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass sich London in dem Fall wirklich, ich bin ganz stolz auf die Stadt, dass sie sich dann so klar gegen diese rassistischen Anfeindungen gestellt haben und diesen Mann gewählt haben. Kannst du zum Schluss noch mal ganz kurz uns erklären, was der Unterschied zwischen UKIP und den Konservativen? UKIP ist einfach eine, das ist im Grunde, das ist ein bisschen verkürzt jetzt, aber eher so in Richtung Front National. Also das ist eine rechtspopulistische Anti-EU-Partei, die sich hauptsächlich über ihre Opposition zur EU-Mitgliedschaft definiert. Und zwar ausschließlich auch darüber läuft. Während die Konservativen, die sind ja gespalten. Da gibt es den rechten Flügel, also den nationalistischen Flügel, der in die Nähe von UKIP kommt. Da sind auch ein paar übergetreten schon. Und es gibt aber auch einen moderaten Flügel, der überhaupt gar nichts damit zu tun haben will. Es gibt auch Konservative, die unbedingt in der EU drinbleiben wollen und nicht nur Cameron. Aber glaubst du, wenn jetzt am Ende doch ein Nein zum Brexit rauskommt, dass das für UKIP dann irgendwie auch, also die Daseinsberechtigung weg ist? Die werden einfach weitermachen. Das ist wie mit Schottland. Also die ja auch ihr Referendum nochmal machen wollen. Also das ist das eigentlich Tragische an dieser ganzen Geschichte, in die jetzt so viel Energie reinfließt und so viel Kraft abgezogen wird in dieser Debatte, anstatt das Land mal zu regieren. Es wird überhaupt gar keine Klarheit und keine Ruhe bringen. Egal wie es ausgeht. Auch bei einem Nein. Die rechten Konservativen, die sind solche Überzeugungstäter. Die wollen so dringend raus aus dieser Fremdbestimmung, wie sie es empfinden durch Europa, dass die einfach auch, es sei denn, es gibt ein überwältigendes Nein, was ich aber nicht glaube. Wenn es irgendwie ein knappes Nein gibt, dann wird die ganze Desasterdebatte weitergehen und die Briten werden auch nach einem Nein nicht zur Ruhe kommen. Und auch Jukip wird es weitermachen. Nigel Farage hört sich auch gern selbst reden. Ja, der kann ja auch gut reden und vor allem nach dem dritten Pint. Hast du ihn schon mal interviewt? Ja, den kann man relativ einfach interviewen, weil der eigentlich mit jedem redet. Das kann man mir vorstellen. Ja, der ist irgendwie schlitzig und charmant, aber natürlich katastrophal, katastrophal in dem, was er sagt eigentlich und was er auch provoziert. Vor allem eben in dieser Anti-Immigration-Kampagne. Also das ist, als ob irgendwie alle Polen, die ins Land gekommen sind, auf Null gekommen sind, um das Sozialsystem auszuhöhlen. De facto ist das überhaupt nicht wahr. Die meisten Polen arbeiten blöd in London vor allem und Umgebung und die brauchen die Briten auch. Weil diese ganzen maroden Reihenhäuschen ohne die Polen, die wären alle schon umgekippt. Wir wissen ja jetzt, Andrea Nahles hat sich jetzt ähnliches vor hier. Ja, ich meine, man kann ja auch sagen, man muss da einen Riegel vorschieben, um diese Debatte zu beenden. Aber in der Sache ist das einfach ein ganz, ganz kleines oder gar kein Problem. In der Sache ist das einfach minimal. Also es gab neulich mal irgendwo eine Untersuchung, das sind irgendwie drei, vier Prozent, sind da ohne zu arbeiten. Und ja, das ist einfach Quatsch. Das ist eine Populismus-Debatte, die von diesen rechten Parteien kommt und die ist letztlich jeder Grundlage entwert. Und die drei, vier Prozent, habe ich jetzt gelernt, sind meistens dann die Ehefrauen von irgendwelchen Arbeitern, die halt noch keinen Job gefunden haben. Es gibt natürlich auch so ein paar absurde Regelungen, wie zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, das habe ich neulich gelesen, dass wenn polnische Eltern nach London kommen und ein Kind in Warschau haben, dass sie dann Kindergeld für das Kind... Es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich ein bisschen absurd und die kann man auch ändern, aber das ist kein wirklich riesiges Problem. Annette, wir bedanken uns. Ja, es ist sehr cool. Oh, jetzt bin ich wach. Eine kurze Frage noch, du machst ja jetzt gerade dein Sympathical... Ich bin jetzt ja... Nee, nee, seit Ende des Jahres bin ich wieder arbeitlich wieder. Aber nicht als Korrespondentin im Moment. Sondern als was? Als Autorin für den NDR und die ARD. Das heißt, ich bin unter der Woche in Hamburg und am Wochenende nur auf meinem Bötchen. Und bin dabei, längere Dokumentarfilme vorzubereiten, die dann irgendwie hoffentlich Ende des Jahres so langsam zur Versendung kommen. Das ist aber alles noch nicht so richtig spruchreich. Das dauert noch ein bisschen. Das sind langsame Prozesse, solche Filme. Aber das ist eben jetzt einfach mal nötig gewesen. Nach 16 Jahren Ausland nonstop brauchte ich einfach mal so einen Boxenstopp. Und ich wollte auch nicht wieder ins nächste Land umziehen und dachte, ich brauche mal eine Pause. Das passt ja wunderbar hier zum Programm des Aufwachen-Podcasts, weil wir uns ja dagegenstellen, tagesaktuelle Nachrichten immer so wichtig zu nehmen und über die Langstrecke ein bisschen zu bedienen. Genau. Ja. Und das in aller Ruhe, was ja auch sicherlich ist. Ganz genau. Dann können wir uns ja vielleicht Ende des Jahres nochmal hören und du kannst uns in deiner Dokumentation dann berichten. Gerne und jederzeit. Sehr gut. Annette, danke schön, dass du dabei warst. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Bis ganz bald dann vielleicht. Tschüss. Ciao. Und damit steigen wir ein hier in die bessere Autoqualität mit Studiolink. Jetzt. Thilo, sag mal was. Ist es wirklich so viel besser? Ich glaube schon. Heute haben wir ja mal den direkten Vergleich. Das war eben Skype. Oh, und jetzt haben wir Studiolink. Und damit danken wir. Ich hole mal meine Glocke. Thilo zählt mit. Wie viele Mädels soll ich danken? Keine Produzenten, aber Unterstützer. Nämlich Yvonne. Einen familiären Gruß. Christina. Janis. Benjamin. Kerstin. Michael. Ja, weil du hast gerade bei Benjamin gebümmelt. Bei Kerstin. Nee, du hast vor Kerstin gebümmelt. Also pass auf. Yvonne. Genau. Christina. Genau. Janis. Benjamin. Kerstin. Michael. Bernd. Christoph. Philipp. Sebastian. Bernhard. Martin. Nano. Jürgen. Und Michael. Drei Frauen. Drei Frauen ist eine ganz gute Quote. Von wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, aufzehleufe, 13, 14, 15. Ich hab mal unsere... Das ist eine 20-prozentige Quote. Ja, wir sind ja auf Facebook über die 2000 Dinger da gesprungen. Da hab ich mal so durchgescrollt. Und Profilbilder sind schon sehr viele männliche Hörer. Find ich schon. Müssen wir uns mal was überlegen. Ja, aber liegt es daran, dass es einfach nur, also kann ja wirklich sein, dass in der Podcast-Landschaft oder die Hörerschaft zu 70, 80 Prozent männlich ist. Kann ich mir vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Nein, glaubst du nicht. Und apropos Podcast-Landschaft. Also ich kenne, ohne Scheiß, ich kenne viel, also es kann natürlich jetzt ein Bias sein von mir, aber von meinen Freunden hören sehr viel mehr Männer-Podcasts als Frauen. Na gut, kann schon sein. Aber das können unsere Hörer uns doch mal sagen, wie das, also da gibt es ja jetzt keine faktischen Statistiken. Also die große Podcast-Forscherin ist eine Frau, Nele Heise, die hat das ja alles im Blick, schreibt dazu Diplomarbeit oder promoviert oder so. Werden wir dann alles mal genauer erforschen. Apropos Podcast-Landschaft, ich habe gesehen, hat mich ein bisschen geärgert ehrlich gesagt, auch wenn es mir jetzt nicht zusteht mich darüber zu äußern, aber Lage der Nation, der von uns gerne empfohlene Podcast mit Banse und Burmeier, hat tatsächlich Facebook, und Facebook ist hier das Evil Empire, Geld dafür bezahlt, den Podcast auf Facebook zu promoten. Ich habe dann mal in die Liste geguckt, Facebook macht ja immer so Angebote, da kriegt man dann immer so einen kleinen Post, da steht dann drin, dein letzter Beitrag ist erfolgreicher als 85% aller anderen Beiträge, hier, promote ihn noch mehr. Und dann klickt man da so drauf und dann steht da so, für 18 Euro geben wir dir 30 bis 50 mehr Leica. Wo ich mir schon denke, ach ja, habt ihr die Leica mal gefragt, die potenziellen, ob die das dann auch wollen oder so. Also totale Vermarktung des Publikums, ja wirklich so übel, wie man sich das auf diesen T-Shirt-Sprüchen vorstellt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich bezahle Facebook mal 18 Euro dafür, damit sie uns 30 Frauen hier irgendwie reinspülen, ja. Man könnte ja dann als Zielpublikum nur Frauen angeben oder sowas. Also ganz verrücktes Zeug. Naja, Podcast-Landschaft ist in Bewegung, wir haben Flatter auch von unserer Seite verbannt. Und die Gründe könnt ihr zum Beispiel im Neuland-Podcast mit Sascha Palmberg, der bei uns auch schon zu Gast war, nachhören. Weil ich das ein unglaubliches Gebaren finde, wie jetzt auch auf der Republika schon und die Republika ist auch bekannt dafür, am Anfang gestartet zu sein mit so Debatten wie, darf man Geld verdienen mit Blogs, darf man Werbung schalten und dass man jetzt so ganz auf die, und das muss ich echt sagen, das ist einfach die böse Seite, ja. Ich will das jetzt nicht groß ausformulieren, ich hoffe da auf meine Autorität als Buchautor auf dem Gebiet und so. Also Facebook ist das böse Empire und diese neue Kooperation von Flatter und Adblock Plus auch. Damit wollen wir hier nichts zu tun haben, das heißt kein Flatter mehr auf der Aufwachen-Podcast-Seite, null Tracker, ja, wenn ihr euer Ghostory einschaltet, könnt ihr uns ein bisschen auf die Schulter klopfen, keine Tracker auf der Seite mehr. Naja, keine Tracker, die sichtbar sind. Ne, keine, es läuft aus, genau, Thilo weiß wieder mehr, ne, es läuft wirklich nur das Download-Zählen, das läuft aber über einen Link weiterleiten. Davon weiß Stefan auch nichts. Ich bin hier Hausherr, ich weiß alles, was auf der Seite los ist. Also einer von uns ist ein CIA-Agent, aber ich verrate nicht mehr. Mhm. Ja. Und die andere Anmerkung, ich hab mal den Feed ausgetauscht, das habt ihr alle gar nicht mitbekommen, aber da sind jetzt nur noch die. Der andere ist eine KGB-Agent, aber nur das nebenbei, gut. Also der Feed ist mal ausgetauscht, das war ja vorher MP3, weil ich dachte irgendwie, das funktioniert dann überall. Hat sich aber herausgestellt, Kapitelmarken werden unter iOS nicht angezeigt und da die Hälfte der Hörer hier iPhone, iPad und so weiter Nutzer sind. Stimmt, ich kann jetzt wieder Kapitel sein. Hab ich euch jetzt unter eurem Hintern weg die MP3s gegen M4As ausgetauscht, allerdings ist der Feed sowieso jetzt begrenzt, weil man darf ja nicht so viel, also der Feed wäre sonst über einen Megabyte, das ist ungefähr doppelt so groß wie die Empfehlung und so weiter. Deswegen ist der jetzt begrenzt auf die letzten 50 Ausgaben, aktuell sind 10 drin, weil das M4A läuft jetzt langsam erst voll, aber wenn ihr auf der Aufwachen-Podcast-Seite rumklickt, findet ihr auch einen MP3-Link, den alten nämlich. Der noch vollständig bis zur ersten Folge alle Episoden drin hat, Kapitelmarken als Meta-Tag, also mein Player kann die auch, muss die nicht aus der Datei rausziehen, sondern der kann die auch aus dem Standard, den Podlove der Folge rausziehen und so weiter. Also wer alle Folgen haben will und lieber MP3 oder so, der kann dann den Feed auch wieder finden. Und damit lesen wir ein bisschen Kommentare. Achso, ich wollte noch Podcast-Landschaft, was ich gerade auf dem Schirm habe. Michael, der uns auch Geld geschickt hat, podcastet auch, bei Soundcloud heißt er Sozialwelten und das ist jetzt so ein offenes Konzept, man kann sich bei ihm anfragen, die Zugangsdaten und dann kann man einfach podcasten, irgendwas hochladen. Und da habe ich auch mal reingehört und deswegen weiß ich jetzt, wir machen jetzt hier ein kleines, kleines Experiment, Begleitschaden. Findet es ja lustig, wenn er in der Bahn sitzt und ich in lustiger Stimme Kommentare vorlese, lacht er immer. Und er fragt sich allerdings, wie wäre das, wenn ich betroffen bin? Wie wäre das, wenn der Mama einen Begleitschadenartikel oder Kommentar vorliest? Gibt es natürlich nicht auf der Seite, deswegen nehme ich mir einen Tweet. Also Herr Begleitschaden, ich lese jetzt einen Tweet von dir vor, in der Stimme, wie sich das zum Inhalt gehört. Zitat. Wären alte Filmhelden, Klammer auf, schwarz-weiß, Fragezeichen, er wollte eigentlich ein Ausrufezeichen schreiben, Klammer zu. Heute noch erfolgreich? Bei HD sieht man jeden Pickel. Ist doch scheiße. Hashtag Retro, Hashtag Oldschool, Hashtag Röhre. So sind so unsere neuen, unsere jungen und jung gebliebenen lustigen Menschen im Internet. Begleitschaden, Grüße. Und damit lesen wir Kommentare und André Daz hat geschrieben, bitte selbstbewusst mit kräftiger Stimme, aber nicht zu lauter Stimme vorlesen. Und was er vorgelesen haben will, er lautet, mein Gott, war Gilmore geil. Und da musste Thilo natürlich korrigieren, er heißt Larry Wilmore mit W und nicht Gilmore. Aber wir fanden Gilmore, Wilmore ja auch geil, deswegen haben wir ihn ja gespielt. Weil er ja auch untergegangen ist, weil alle sich auf Obama konzentriert haben. Ja, das stimmt, die Rede, ich hätte sie mir auch nicht angehört, aber sie war wirklich gut. Siehst du, siehst du, ja. Thierry, ähm, ich hab über den Witz, über den Witz noch tagelang gelacht, also, who are you killing tonight, Mr. President? Ja, ja. Weil der bringt so, der bringt so vieles auf den Punkt. Der bringt alles auf den Punkt, ja. Thierry hat uns verlinkt, ein Sinfonie-Konzert aus Palmyra. Palmyra ist die syrische Stadt, die bekannt ist durch ihre alte Säulen-Architektur und so weiter. Da, das ist, seitdem ich Carl Sagan verehre, möchte ich nach Palmyra. Ich warte. Ich möchte da hin. Ich hab's mir auf Wikipedia auch mal angeguckt, also es sind mehrere Kulturstätten, die da noch aus alter, alter Zeit stehen, vom IS angegriffen, aber wo nicht ganz so zerstört wurde, wie man dachte und so weiter. Jedenfalls gab's da ein Sinfonie-Konzert organisiert von Putin und das kann man sich echt mal angucken. Also es ist so eine Stunde, wo man auch so ein bisschen live schaltet Putin, der nochmal eine Rede kurz hält und dann die Kinder auf der Tribüne, die nochmal mitklatschen und schön geschmückt und so. Also, auf der einen Seite auch so eine Antwort auf den IS, ja, auf der anderen Seite wieder dieses schöne Putin macht eine Fernsehshow und so weiter, aber insgesamt ganz interessant. Der Halbjurist beantwortet eine wichtige Frage, zumindest halb, weil er ist ja ein Halbjurist, und schreibt, mal zwei juristische Cents zu deiner Frage zum Vorsorgeprinzip. Das geht aus Artikel so und so, GATT, G-A-T-T hervor, das ist das General Agreement on Tariffs and Trade, also TTIP-Vorläufer Freihandelsmodelle, geschlossen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Neuordnung des Welthandels. Und da gibt's tatsächlich Artikel, also Artikel explizite, die eben drinsteht, der Staat hat besondere Sonderrechte, um diesen Vertrag wieder aufzuheben, wenn er Einwände hat, entsprechend des Vorsorgeprinzips. Also man könnte tatsächlich artikelweise das Vorsorgeprinzip streichen, es ist nicht einfach nur so ein großer Prinzipienkatalog, der da drüber liegt. Darüber müsste man ganz, 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 ganz viel diskutieren in Sachen TTIP, aber naja. Jan Nolte hat dann auch nochmal hingeschrieben, angefügt, dass da das Vorsorgeprinzip, das ist eine sehr gute Frage, die hier drinsteckt, da das Vorsorgeprinzip… Du verstellst deine Stimme gar nicht, ich bin total… Achso, achso, pass auf. Naja, das sind ja auch ganz sachliche Kommentare hier. Vielleicht gleich nochmal, ja. Also, da… Ich möchte, dass Oma Erna auch ein vorliest. Wenn du einen hast, sagst du… Okay. Also, Jan Nolte erstmal ganz, ganz sachlich hier, angemessen. Da das Vorsorgeprinzip in den USA nicht gilt, zumindest nicht überall, würde ich jetzt anfügen, nicht in allen Bereichen, müssten doch sämtliche US-Bürger VW verklagen können, denn schließlich wurde der gesamte öffentliche Raum verpestet. Ich verstehe eh nicht, wieso die Autobesitzer den Schadenersatz bekommen, die sitzen doch in den Autos und bekommen die Abgase gar nicht so mit. Das ist eine herrliche, naive Frage für mich. Die bekommen vor allem Leute wie ich ab, die überall zu Fuß hingehen. Ich aber habe keine Aussicht auf Schadenersatz. Ich bin aber auch gar nicht scharf drauf, ich will lieber, dass das Vorsorgeprinzip richtig funktioniert. Das ist sehr gut, also sehr naiv und wir wissen, Naivität ist genau das Gegenteil von seriös und das ist eine gute Frage, vor allem wenn man nach Amerika guckt. Amerika, also als VW das damals veröffentlichen musste, weil man ihnen auf die Schliche gekommen ist, hat man gleich betont, und zwar in Amerika, der ehemalige Geschäft da, es ist niemand gestorben. Und da haben sich alle in Europa gedacht, hey, wie ist es niemand gestorben, es ging doch hier nur ein bisschen Feinstaub und so. Aber das sind die großen Debatten, die eben abseits des Vorsorgeprinzips geführt werden. Allgemeine Gefahren und das gibt es dann auch bei Toyota und so gibt es Fälle, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht und auch wirklich jemand stirbt, dann gibt es da ganz neue Rechnungen und auch ganz neue Betroffenheit-Klientel. Dann muss man nämlich nicht Käufer sein, sondern dann reicht es auch wirklich am Straßenverkehr teilzunehmen. Und das ist wirklich interessant. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Naja, wie auch immer. Wir kommen da bestimmt darauf zurück. Dave. Das Thema stirbt nicht aus. Genau, das Thema stirbt wirklich nicht aus. Und wenn jemand, also wenn wirklich große Gefahr besteht, dann greift eben das Risikoprinzip für alle Betroffenen und dann kann man eben auch klagen, wenn man nicht direkt als Käufer oder so da in dem Betroffenenkreis drin ist. Dave schreibt, wer jetzt sagt, Trump wird irgendwann entzaubert, achso, sorry, genau, oder er hat sich zu viele Feinde gemacht. Genau. Der erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Beinahe alles in diesem Wahlkampf läuft derzeit für ihn. Er startete als Anti-Establishment-Kandidat und kämpft gegen die Kandidaten des Establishments. Das gilt bis auf Sanders, aber Sanders ist ja nicht wirklich ein Kandidat. Er startet als Kandidat der Geringverdiener, als Milliardär, muss man sich auch mal überlegen. Und jede negative Änderung des Wirtschaftsklimas spielt einzig ihm zu. Das stimmt auch. Er startet als Rüpel und tritt gegen eine Kandidatin an, die anfällig für Rüpeleien ist. Das stimmt auch. Die Liste ließe sich noch viel länger fortsetzen. Das stimmt. Attila Albert hat auf Facebook auch sehr interessant dazu geschrieben und hat nochmal darauf hingewiesen, Trump hat 16 Konkurrenten aus dem Feld geschlagen und in 28 Staaten gewonnen. Clinton hatte überhaupt nur drei Gegenkandidaten, hat noch nicht mal jetzt alle besiegt. Und obwohl die Chancen so viel höher sind, mehr Anteile zu kriegen, hat sie gerade mal in 25 Staaten gewonnen. Also es läuft wirklich alles auf Trump hinaus. Albert macht das dann auch nochmal an so anderen Beobachtungen fest. Wenn man mit den Leuten redet, sind sie sehr viel energischer dabei im Gespräch, wenn es um Trump geht. Und wenn Trump eine Veranstaltung anberaumt und das macht er ungefähr zweimal am Tag, dann kommen da zwischen 10.000 und 30.000 Menschen. Und bei Clinton kann man froh sein, wenn tausend Leute kommen, wenn es überhaupt vierstellig wird. Und das klappt auch nur, wenn Bill Clinton mit dabei ist und länger als 20 Minuten redet sie dann auch nicht, Klammer auf, weil man vermutet, ihre Gesundheit macht nicht mehr mit. Also es sieht wirklich düster aus. Ich meine, unser Punkt, wir können ja daran erinnern, das sagen wir seit einem halben Jahr oder seitdem wir den Wahlkampf verfolgen, ist, Trumps Wunschkandidatin ist Clinton. Gegenkandidatin, genau. Bei Sanders wäre das schwer, aber Clinton wäre für ihn wirklich leichtes Spiel. Also man sagt das jetzt so locker und viele glauben es immer noch nicht, aber es ist leichtes Spiel. So wie wir auch schon gesagt haben, Trump wird leichtes Spiel gegen diese Republikaner haben und jetzt hat er sich durchgesetzt, alle sind immer noch verwundert. Im Aufwachen-Podcast habt ihr das zuerst gehört. Ich weiß noch, im allerersten Podcast habe ich John Kasich damals gelobt und meinte, der wäre wenigstens der einzige, den man vielleicht dann noch irgendwie nehmen könnte. Und am Ende hätten die Republikaner gesagt, okay, selbst diesen langweiler Kasich. Also es läuft sehr, sehr, sehr viel auf Trump hinaus. Und das Land ist auch irgendwie bereit dafür, ja. Also es wurde bereit dafür gemacht, muss man auch mal so sagen. Olli S., Thema Ulrich Wilhelm. Im Wikipedia-Artikel über ihn ist bezüglich seiner Tätigkeit als Regierungssprecher von 2005 bis 2010 von Regierungstätigkeit und Regierungsämtern die Rede. Dass der Regierungssprecher aktiv, ich sage aktiv, am Regieren beteiligt ist, wäre mir neu. Okay. Andererseits, wenn man Seibert manchmal so reden hört, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da führt Olli S. schon auf die richtige Spur, wenn man Seibert ab und zu so reden hört. Ulf hat das mal schön ergänzt und schreibt, der Regierungssprecher ist ein Staatssekretär und als solcher ein politischer Beamter. Er ist also Teil der Regierung, Klammer auf, sage ich jetzt, er sitzt auch mit am Kabinettstisch. Wie aktiv oder passiv er dabei ist, ist für seine Verstrickungen irrelevant. Das ist der richtige Kommentar dazu. Seibert ist die Regierung, er spricht nicht für die Regierung. Und falls man da noch irgendwelche falschen Vorstellungen hat, empfehle ich euch einen der kompliziertesten Texte der neueren Soziologie, geschrieben von Japp und Kusche. Japp, J-A-P-P und Kusche. Bei Japp habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und dieser Artikel heißt, den kann man frei im Internet lesen, Die Kommunikation des politischen Systems, Doppelpunkt, zur Differenz von Herstellung und Darstellung im politischen System. Und ich kann euch spoilern, es gibt keine Differenz zwischen Herstellung und Darstellung im politischen System. Wer kommuniziert, macht Politik. Deswegen sollten wir auch ernst nehmen, was politisch kommuniziert wird. Und sei es nur, Helmut Marquardt sagt irgendwas, was Sigmar Gabriel jetzt monatelang umtreibt, bis er dann wirklich zurücktritt. Äh, jetzt mal hier, das ist interessant. Lob und Verachtung gleichermaßen in den Kommentaren. Jürgen schreibt, großes Lob für A112, also Auffachen 112, die letzte Folge. Was ihr da mit der Rede Obamas gemacht habt, war absolut spitze, obwohl ich die gesamte Rede schon zweimal gehört habe, hat mir eure Kommentierung viel Spaß gebracht. Ich gehe nun gleich zu PayPal, ihr habt es verdient. Unterstützung dankend erhalten, füge ich hier an. Dominik schreibt, zum gleichen Sachverhalt. Bin ich der Einzige, der bei der Kommentierung der Obama-Rede zwanghaft vermeiden musste, in die Tischplatte zu beißen? Einige von Stephans Vopas wurden ja glücklicherweise von Timo umgehend berichtigt. Aber gut, dass man die Witze auch lustig findet, beziehungsweise gut finden kann, wenn man die Anspielungen falsch versteht. Hm, die Berichterstattung im New Yorker und beim Atlantic waren gute Einordnungen, auch für alle, die, wie wohl die meisten Nicht-Amerikaner, inklusive mir, nicht mit allen Hintergründen vertraut sind. Guter Kommentar, rüttelt mich so ein bisschen auf. Habe ich gedacht, ah, im Atlantic stand was, im New Yorker habe ich mir die Texte rausgesucht, also habe ich auch verlinkt. Haben sie die Witze erklärt? Nee, sie haben die Witze eben nicht erklärt, sondern im New Yorker wird Obama einer Habitus-Kritik unterzogen, weil er nämlich im Vergleich zu Wilmore als wirklich der lustigere Comedian gilt, mit mehr Bühnenerfahrung. Und das wurde mal unter die Lupe genommen. Und im Atlantic, ah, wurde auch nicht eine Witzeanalyse gemacht, sondern da geht es um eine Rückschau der Reden bis zu Reagan. So, sehr interessante Texte, nur Dominik, äh, naja, immer schön auf irgendwelche Texte zu verweisen und dann werden sie aus Versehen gelesen und dann steht da was ganz anderes drin. Aber trotzdem gut für die Hinweise, Markus, auf einer, auf der einen Seite die Seiberts und Krauses dieser Zeit, also wird es auch wieder kritisch gegen uns, auf der anderen Seite die Tilos und Stefans. Ich glaube, dass die richtige Einschätzung zum Thema TTIP weder bei euch liegt, noch bei der ARD oder wem auch immer, der Transparenz bei TTIP Verhandlungen für Nebensächlichkeiten hält. Schließlich noch eine Anmerkung, Doppelpunkt. Aus den Medien kennt man es ja, dass sich beispielsweise auf Sigmar Gabriel eingeschossen wird. Von euch hätte ich erwartet, klüger zu sein. Gabriels Position ist klar und deutlich von Beginn an und sie bestätigt weder eure Schlimmsten. Daraufhin habe ich geschrieben, na dann, hier mein Text für die IG Metall zum Thema TTIP und dann habe ich ganz frech drunter geschrieben, wenn du einen klügeren Text zur Sache findest, verlinke ihn hier. Du bist so eitel. Und jetzt, ganz eitel, Markus hat geschrieben, lieber Stefan, ich gestehe. Warte, warte, warte. Ja, willst du ihn vorlesen? Lieber Stefan, ich gestehe, ich war so vorschnell und habe dich offenbar missverstanden. Sorry, ein wirklich guter Text. Danke, Oma Erna, für dieses Lob und danke, Markus, für dieses Lob. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen zu sagen, ja, das ist hier ein Podcast über Medien. Wir machen uns sehr lustig über sehr viele Sachen und wir machen das sehr unterkomplex und mit gesprochener, spontaner Sprache. Wenn ihr was richtig Kluges über die Medien verstehen und lesen wollt, ja, dann empfehle ich euch mein Buch. Und da es jetzt schon oft im Radio lief, kann ich irgendwann mal anfangen, das immer als Outro dran zu hängen, wie das so besprochen wurde. Naja. Steigen wir mal in die schöne Nachrichtenlage ein und wir müssen jetzt auch nochmal, obwohl Ted Cruz schon abgemeldet ist, Ted Cruz verabschieden, weil es niemand lustiger gemacht hat als Stephen Colbert. Der hat nämlich nochmal diese eine Szene rausgesucht, wie der Princeton-Debattenkönig Ted Cruz mit mehreren Erfahrungen vorm Supreme Court als debattierender Anwalt, ja, kurz und klein geschlagen wird von irgendeinem White-Trash-Amerikaner. Ich wollte gerade sagen, auf der Straße die Szene. Auf der Straße. Und 90 Sekunden Stephen Colbert fasst das hier alles rein. Also wenn man dann hört, wie Cruz und der Typ redet, das ist einfach auf der Straße, ja, Eingangsbereich irgendwie Trump-Veranstaltung oder so, keine Ahnung. Jedenfalls eine super lustige Begegnung, die Ted Cruz den politischen Lebenswillen geraubt haben muss, ja. Der Punkt ist, dieser Mann ist ein kämpfer. Just listen to this testy exchange he got into with a Trump-voter in Indiana. What do you like about Donald Trump? Everything. Give me one. Everything. Give me one. You can pick anything. Donald Trump, fuck too! The wall. Okay, the wall. That's the main thing. Immigration. Ted's building the wall. All right, hold on a second. Now, do you know on the wall that Donald told the New York Times editorial board he's not going to build a wall and he's not going to deport anyone? You're lying. Watch again, lying Ted! Wow. Ted Cruz may have been on the Princeton debate team, but he just got stomped by the Indiana hollering squad. It is. Oh, geez. It stings. It is a tough moment for Senator Cruz. He can't beat Trump. He can't even win an argument against Trump's future press secretary. But bravely, bravely, Ted Cruz Dawn. Sir, America is a better country. Without you. Thank you for those bad sentiments. Let me point out, I have treated you respectfully the entire time. And a question that everyone here should ask. Are you Canadian? It's a fair question. Are you Canadian? A lot of people are thinking of becoming Canadian around November 9th. Ah, ich hab mich gestern so tot gelacht. Zehn Mal oder so hab ich das geguckt. Wie Ted Cruz anfängt mit seiner Phrasierung, ja. Immer so Kunstpausen zwischen Frage und, äh. Also rhetorischer Frage und Antwort. Und dann springt er jedes Mal so rein, der Typ. Und killt ihn einfach, ja. Das ist wirklich, das ist hier eine Assassination gewesen. Wie schön man es nennt. Nun gut, ernste Nachrichten. Achso, Tilo war ja beim Bayerischen Rundfunk. Das schieb man mal ein. Am Freitag. Am Freitag. Und es ging quasi nur darum, wie unabhängig sind sie jetzt. Und dann sagt Ulrich Wilhelm, ne verklagen sie mich doch, wenn sie glauben, ich bin nicht unabhängig genug. Dann sagt Tilo, ne, aber sie sind doch alle nicht unabhängig. Ist doch CSU, BR, wo ist der Unterschied? Das eigentliche Problem, was der BR hat, ist ja nicht, dass sie irgendwie als nicht ganz abhängig, unabhängig gelten, sondern, dass sie keine Zuschauer haben, ja. Dass es keinen interessiert, ob sie jetzt abhängig sind oder nicht. Und das kam leider wenig zur Sprache, weil es auch bescheuert moderiert wurde, ja. Also der Moderator, ich weiß nicht genau, ob man jetzt Moderator oder was man dazu sagt. Ja, das war kein Moderator, ne. Es war so ein alter Typ, ja. Stellt man sich so vor, so ein Rentner, der nochmal aus seinem Strebergarten in VW Veten zur Arbeit fährt. Ist der Chefredakteur, der von B5 Aktuell stattfindet? Ja, der Chefredakteur von B5 Aktuell. Der noch nie mitbekommen hat, dass die CSU da irgendeinen Einfluss hat. Ja, also ganz, ganz gruselig. Deswegen können wir uns leider keine Clips davon anhören. Ich habe aber ein Clip. Und wenn ich jetzt nochmal ein Buch über die Medien schreiben würde, würde ich den auch einbauen. Weil diese Frage, wie abhängig sind sie, ja, entscheidet sich ja nicht danach, was weiß ich, wie viele Leute da im Verwaltungsrat sitzen oder ob man schon mal Regierungssprecher war, waren sie schon mal Staatsrekretär. Na, ich bin aber jetzt ganz unabhängig, ja. Also das ist alles Satire irgendwie. Die Abhängigkeit läuft ja über diese Schiene, glaube ich, der Regierung das, was sie sagt und dulde ich nichts anderes daneben. Und nicht mal auf einer sachlichen Ebene, sondern wir hören jetzt mal Ulrich Wilhelm, der erklärt, was mit der Welt los ist und warum man seinen Journalismus dafür braucht. Man kann natürlich die Welt nicht einfacher darstellen, als sie ist. Und diejenigen, die das erzwingen wollen, landen ja alle in totalitären Systemen. Also wenn man einfach sagt, jetzt wird gnadenlos vereinfacht und nur noch eine bestimmte Sicht durchgesetzt, dann endet es immer mit weniger Freiheit und am Ende auch dann mit Unterdrückungsmaßnahmen. Also Dinge, die objektiv kompliziert sind, kann man nicht vereinfachen. Ja und hier ist er, ich würde sogar sagen, er ist der Regierung auf den Lein gegangen, ja. Die Regierung sagt, er ist sich selbst auf den Lein gegangen. Ja, ja, er versteht das gar nicht, wie er der Regierung, und ich meine, er ist wirklich dumm, ja. Ich möchte das so sagen, auch wenn das leider beleidigend ist und so weiter, aber Ulrich Wilhelm ist nicht irgendwie super klug oder so. Jedenfalls noch nicht mir gegenüber dadurch aufgefallen. Also tut mir leid, dass ich es so sagen muss, vielleicht schickt er mir jetzt irgendwie einen Brief oder so. Also jedenfalls, Ulrich Wilhelm, wenn die Regierung in Berlin sagt, die Welt ist kompliziert, wir müssen leider jetzt morgen eine ganz wichtige Entscheidung treffen und übermorgen wieder. Nur wir können die treffen. Ihr durchschaut die alle nicht, weil es ist so kompliziert, ja. Also diese Betonung des politischen Primats, ja, nichts anderes zulassen. Alles andere, jede andere Alternative, die es gibt, ist nur eine zu einfache Antwort. Genau. Dann macht man Staatsfernsehen. Das ist richtiger Staatsfernsehen. Ja, dann hängt man sich an die Lippen von Merkel oder ihren Sprechern und sagt, die EU ist so kompliziert, wir müssen hier auf höchster Ebene einen Regierungsgipfel der Staats- und Regierungschef machen. Anders sind diese Probleme wirklich nicht zu lösen. Und wir beim Bayerischen Rundfunk, wir können uns doch davon nicht freimachen. Wenn die Flüchtlinge kommen und die Merkel sagt, wir machen das so und so, dann machen wir das so und so. Ja, also wir sind da dem ausgeliefert. Und ich finde das wirklich sehr witzig, wie er sagt, also warnt davor, ja, diese Beobachtung, die er macht und dann warnt er davor, wenn wir zu einfache Antworten geben und so, dann führt das in so ein totalitäres Regime und so weiter. Herr Wilhelm, wir sind genau da, ja. Wir leben in dieser Medientotalität, in der einfach die Politiker sagen, und zwar nur die drei höchsten Staatsämter, die wir haben. Liebe Menschen, wir kommen aus dieser Chaos und aus dieser Katastrophenszenarie nicht raus. Ihr müsst machen, was wir sagen, und zwar morgen. Herr Griechenland hier, nicht hier irgendwelche Alternativen, keine Experimente, keine Alternativen. Zack, zack, zack. Also ganz, 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 ganz übel dieser Bayerische Rundfunk, ja. Wirklich ganz, ganz übles Staatsfernsehen, muss man echt so sagen. Er hat mich ja nie angeguckt, auch wusste ich nicht, ob er mich jetzt angesprochen hat, aber ich fühlte mich in dem Punkt angesprochen. Ja, hier, ne, einfach erklären wollen und so, das ist nicht kompliziert, heißt, wir müssen es auch kompliziert erklären. Ja, also ich kann da nur, ich kann wirklich nur empfehlen, muss ich jetzt so ein bisschen eitel machen, ja, aber lest mal in meinem Buch. Ich habe da dieses Zitat an dieser Stelle drin, in der, in der Harald Schmidt, ja, der, also der lustige Harald Schmidt, ja, der ja jetzt privat nur noch unterwegs ist und sagt, ja, ich bin ja so ein Fernsehmann mit abgeschlossener Vermögensbildung und so weiter, ich kann frei von der Leber weg. Und der sagt, sitzt halt so da und sagt, also jetzt in so einem Theater, ja, da irgendwie so ein Auftritt gehabt vor zwei Jahren oder so, und sagt dann so, ja, also dieses Publikum, was ich damals angesprochen habe, das gibt es nicht mehr, ja. Also totale Verdummung irgendwie, vor allem nicht im Fernsehen, ich kann vielleicht hier, wenn ich bei ihm im, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo in der Schweiz oder so, im Theater oder Salzburg, Österreich, wenn ich bei euch im Theater bin, ja, dann finde ich ja nochmal 200 Leute, die, bei denen ich irgendwie so verschiedene Namen sagen kann, die dann wissen, wen ich meine, ja, und nicht nur so aus, oh, ich habe den Witz verstanden, schnell Beifall klatschen und so weiter. Und er ist jetzt eben da und sagt, ja, also die Leute, wenn man Alternativen zuließe, beispielsweise in den Abendnachrichten, ja, wenn man mal so auf Sauer Wagenknecht hören würde und sagen könnte, hm, so riesige Banken, so big to fail, wieso macht man das eigentlich nicht als Genossenschaften, weil der Sparkasse und so funktioniert es auch in so ähnlichen Modellen, ja, die machen da nicht irgendwie hier alles kaputt und so weiter, sondern die sind nirgendwo beteiligt, tauchen Panama Papers nicht auf, geht ja auch, ja, ist ja nicht irgendwie, nur weil die Deutsche Bank pleite geht, fällt ja nicht alles auseinander. Und dann sage ich so, nee, das darf nicht zugelassen werden, solche Alternativen, weil dann könnte es zu Störungen im öffentlichen Nahverkehr kommen, ja, wenn so eine Krankenschwester plötzlich denkt, hm, ich arbeite jeden Tag acht Stunden Rufbereitschaft und ich verdiene da 2000 Euro im Monat, ich könnte doch auch 10.000 Euro verdienen. Ist den Leuten ihr Leben nicht wert, ja? Das sind ja dann so die Fragen, die aufkommen. Und Ulrich Wilhelm ist auf der ganz, ganz, ganz dunklen Seite aus dieser Bandbreite, ja. Harald Schmidt auf der einen, der so locker, weil er es sich jetzt leisten kann, der Einzige, die wir haben, der das macht, ja, der das durchschaut und der diese abgeschlossene Vermögensbildung hat. Und auf der anderen Seite Ulrich Wilhelm, der einfach da sitzt und sagt, also wenn wir jetzt zu einfache Antworten zulassen, ja, dann führt das total in den Totalitarismus. Das dürfen wir nicht zulassen, ja, es ist also wirklich, ja, und da kann ich nur sagen, dass, wenn sich Merkel ein Staatsfernsehen aussuchen wollte, ja, dann so ein Typen, der da einfach in Bayern sitzt und den Leuten sagt, ey, also wir müssen jetzt mal ganz ruhig, ganz vorsorglich, ganz sachlich euch erklären, also morgen, ja, wird Griechenland gerettet und wenn die nicht genau machen, was wir machen, dann zerbricht Europa, ja, das wollt ihr doch alle nicht, oder? Schreibt mal schön hier bei Twitter, Griechenland ist scheiße und so. Also wirklich ganz übel, ganz, ganz böse. Ich habe nur Verachtung übrig für diesen bayerischen Rundfunk, also weil Ulrich Wilhelm da so an der Spitze steht, ja, und nicht mal die Chance, da kommt jemand aus Berlin und bringt ein bisschen alternativen Wind rein, ja, nein, das muss alles hier. Und ich meine, ihr könnt euch diese fünf Minuten Antwort auf, Thilo stellt diese Frage, ja, was ist denn jetzt hier, die sind ja alles nur CSU und zwar, das steht ja in ihrer Biografie drin oder sogar in ihrem Pass, ja, dass sie bei der CSU sind und dann sagt er nur, ja, bla 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 und das ist alles juristisch überprüft, die können uns ja nochmal verklagen, wenn sie wollen. Ja, ja, genau. Ja, also, ich bin wirklich erschüttert darüber. Ist so ein bisschen ein argumentatives Armutszeugnis. Ja. Wenn man nur noch sagen kann, ey, das ist legal und wenn sie es doof finden, verklagen sie uns doch. Ja, also ganz, da wird mir wirklich schlecht, ja, wenn ich sowas höre. Ich ertrage das dann noch so in dreifacher Geschwindigkeit mit aussortierten Pausen durch meine Podcast-App oder so, aber länger als zehn Minuten will ich mit so einer Stundenveranstaltung echt nichts zu tun haben. Muss ich leider so sagen. Thilo hat gedacht, ich bringe jetzt hier große Clips mit und so, aber Ulrich Wilhelm. Können sich die Leute, wir können es ja verlinken. Genau, wir verlinken es. Ist an meinem Kanal hochgeladen. Genau. Nun gut, kommen wir mal zu den Nachrichten. Wir blicken zurück auf Donnerstag und Donnerstag ist ja ein Streitendes passiert in Sachen Flüchtlinge, nämlich der türkische Regierungschef wurde abgesägt, also das wird auch einfach mal zusammengebracht. Naja, wir hören uns das mal an. Neues aus der Türkei. Ist interessant, ne? Also Merkels Weggefährten in den anderen Regierungen gehen jetzt gerade alle von Bord. Davutoglu in Ankara und Faymann in Wien. Ja, wobei Faymann ja auch schon wechseln musste auf die andere Seite. Druck durch die Öffentlichkeit. Ich bin mal gespannt, wie das mit Österreich weitergeht, weil wenn der Hofer da gewählt wird, dann will er erstmal die Regierung auflösen. Ja, das war seine Ansage, jetzt löst Faymann die selber aus. Naja. Also Neues aus der Türkei. Die Stimme zittricht die Wortwahl zurückhaltend. Ahmed Davutoglu beim schmerzhaftesten Auftritt seiner Karriere, seiner eigenen Demontage. Die Regierungspartei AKP, deren Vorsitzender er ist, lässt ihn fallen. Und jeder weiß, wer das eingefädelt hat. Ich bin zweimal mit Mehrheit zum Parteichef gewählt worden. Da diese Mehrheit nicht mehr da ist, kandidiere ich nicht mehr. Denn die Partei kontrolliert nach wie vor er, Staatspräsident Erdogan, laut Verfassung zwar überparteilich, tatsächlich die treibende Kraft der AKP. Erdogan duldet keine Abweichler. Davutoglu verhandelte mit Europa statt sich dringend, um die Verfassungsänderung zu kümmern, die dem Präsidenten Allmacht sichern soll. Gestern Abend dann der Showdown hinter verschlossenen Türen in Ankara. Davutoglu muss gehen. Selbst in der Niederlage bleibt er loyal. Ich habe nie etwas Schlechtes über den Präsidenten gesagt und werde das auch künftig nicht tun. Ja, was mich da interessiert, ist nicht so sehr dieses, das geschieht da, sondern wie, wie gelingt diesem Erdogan das so viel Macht informal, das ist ja nicht wirklich Staatsmacht, geht ja nicht als Präsident hin, sondern es ist alles hinter verschlossener Tür und so weiter. Dieses soziale Phänomen, wie gelingt ihm das? Bei Putin genau das Gleiche, bei Putin wissen wir, wie anstrengend das ist, Putin zu sein. Er muss quasi jeden Morgen aufwachen und sich eine neue Strategie überlegen, seine Typen da in Schach zu halten. Und irgendwie so läuft das bei Erdogan auch. Kein Wort dazu hier, das ist irgendwie so gottgegeben. Der Erdogan, der macht das halt, wenn der das will. Nee, wenn der will, passiert da gar nichts. Da muss da irgendwas machen, lieber ARD. Und das wird einem echt mal interessieren. Na, da würden sie wieder sagen, die Nachrichten sind das falsche Medium dafür. Müssen wir mal eine Reportage machen. Dann macht er halt eine Reportage. Ich bin auch bereit, ein Jahr zu warten drauf. Jedenfalls, die Türkei wird ja dann immer so wieder als, oder überhaupt solche Themen werden ja immer benutzt, so als Folie, um irgendwas implizit oder explizit zu erklären. Das wird jetzt auch hier mal gemacht. Der Korrespondent hat mal einen lustigen Halbsatz drin, den wir uns dann gleich nochmal zu Gemüte führen. Ob die Türkei jetzt noch die versprochenen Hausaufgaben erledigen wird, wie zum Beispiel die überzogenen Antiterrorgesetze, den europäischen Standards anzupassen, ist fraglich. Ja, das ist fraglich. Das finde ich interessant, dass jetzt auch schon wieder von Hausaufgaben gesprochen wird. Wie bei den Griechen damals mit den Austeritätsmaßnahmen. So, liebe Türken, jetzt macht mal hier, was wir wollen. Das zum einen. Und implizit kommt ja hier so Schlinger das so mit. Die Türkei soll mal über ihre, Zitat, überzogenen Terrorgesetze, den, Zitat, europäischen Standards anpassen, angleichen. Unseren überzogenen Terrorgesetzen. Für Oma Erna klingt das jetzt irgendwie so mit, ja mal ein bisschen locker lassen, mal ein bisschen mehr Freiheit walten lassen. Ja, ein bisschen weniger ernst nehmen, diesen Terror. Genau. So wie wir das hier machen mit unserem Innenminister. Genau, jetzt könnte man sagen, ja, wer weiß, also ich habe noch nicht gehört, dass in Berlin eine Polizeionardschaft losrennt und dieses Studio der Welt N24 stürmt oder so, ja. Kann man sagen, ja, das stimmt, aber. Das ist schon 50 Jahre her. Der, genau. Der Erdogan, ja, der kann die Zügel auch anziehen und die Terrorgesetze den europäischen Standards angleichen. Zum Beispiel mit totaler digitaler Totalüberwachung, ja. Da muss man echt das Wort Total zweimal drin nennen. Der alltägliche Funkzellenabfrage, ja, Kontoabfrage sowieso für jeden Polizisten irgendwie. Bargeld abschaffen, Biometriedatenbanken aufbauen, Vorratsdatenspeicherung einführen. Ja, bei uns läuft es halt nicht so sehr über dieses Gewalt, sondern mehr so über dieses Nudging und so, ja. Man kriegt halt so ein kleines Angebot, willst du dich nicht mal so und so verhalten, willst du hier nicht mal aufpassen, damit das keiner hört, dass du es nicht so und so machst und so, ja. Hast du deinen VPN eingeschaltet? So geht das hier, ja. Ich meine, das will man nicht, dass Erdogan auf diesem Gebiet seine Macht und seine Möglichkeiten da den europäischen Standards angleicht. Na, wie auch immer. Türkei ist damit abgehandelt, weil mehr haben die jetzt auch nicht geboten. London. Das wäre da eigentlich auch mal ein Brennpunkt wert gewesen, wenn der große türkische Partner da den Ministerpräsidenten entmachtet. Ja, vor allem sollte man nicht immer nur in so einem Halbsatz dieses Jahr der Deal ist dann in Gefahr, sondern da muss man das halt mal genau beschreiben. Hallo. Das ist genau in Gefahr. Herr Schulz, mäßigen Sie Ihre Sprache. Mein Gott. Also der Pakt, wie die Tagsthemen das ja schon mal genannt haben, beziehungsweise der Vertrag oder... Ein Abkommen. Das ist ein Abkommen. Das Abkommen, genau. Das Abkommen. Von Deals redet hier nur naive Menschen und Donald Trump. Genau. Und bei Trump sind das auch Kunstwerke-Deals, ja. Nicht nur hier so ein hingerotztes, menschenverachtendes Seenotrettungsprogramm. Dankeschön. Kommen wir mal nach London. Waren wir eben schon. Aber wir hören uns nochmal genau an, wie das hier klingt. Wer trat gegen wen in London an? Die beiden Hauptkandidaten, die sich bei der Bürgermeisterwahl gegenüberstehen, könnten auch verschiedener nicht sein. Der eine ist groß, der andere klein zum Beispiel. Aber das ist natürlich nur eine Äußerlichkeit. Smart sind sie beide. Nehmen wir Zach Goldsmith. Der ist ein konservativer Sohn eines Milliardärs, sehr umweltbewusst. Und so lautet sein Programm. Ich will 50.000 neue Wohnungen bauen lassen, ohne unsere Grünflächen zu gefährden. London soll sicher sein und funktionieren. Zurzeit ist Goldsmith noch Parlamentsabgeordneter von Richmond, einem hübschen reichen Stadtteil im Westen Londons. In Tooting geht es weniger wohlhabend zu. Dort wurde Sadiq Khan geboren, als Sohn eines Busfahrers aus Pakistan. Der Menschenrechtsanwalt hat sich nach oben gearbeitet. Und darum geht es ihm. Ich bin stolz, dass dies eine Stadt ist, die so viele Millionäre und Milliardäre hat, aber gleichzeitig gibt es so viele Londoner, die zur Armenspeisung müssen. Also finde ich irgendwie sensationell. Mal gucken, was das noch wird. Ich finde geil, dass der Sohn eines Milliardärs, also der konservative Kandidat, Goldsmith heißt, Goldschmied. Und aus Richmond kommt er. Ah! Aber er hat es leider nicht geschafft. Und er wollte ja raus. Also die Frage, Brexit oder nicht, sagt dieser Goldsmith, ja, raus. Und der Kahn sagt, nee, nee, wir müssen in der EU drinbleiben. Stellt sich die Frage, wie wichtig war das denn, Brexit und so, beim Thema, was weiß ich, Wohnen in London. Ja, haben wir eben schon gehört. Das ist da teuer. Da kümmert man sich dann drum. Da ist man persönlich betroffen. Wofür interessiert man sich bei so einer Wahl? Und das ist wirklich ein sehr interessanter Widerspruch. Ich habe es mal zusammengeschnitten. Die Moderation von Klaus Kleber. Und dann drei Minuten später den Wortlaut aus dem Bericht. Großbritanniens Schicksalsfrage 2016 ist ohne jeden Zweifel in Europa sein oder nicht sein. Austritt aus der EU, ja oder nein. Keiner von denen, die heute in Regionalparlamente oder ins Bürgermeisteramt gewählt werden, haben diese Frage von Amts wegen zu entscheiden. Und trotzdem wird dieser Wahltag als Stimmungsbarometer gelesen für den Brexit-Volksentscheid in sieben Wochen. Aha, dann mal hören. Die hohen Lebenshaltungskosten, die Wohnungsnot und der öffentliche Nahverkehr sind die Hauptthemen bei dieser Wahl. Das bevorstehende Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU spielt ja nur eine untergeordnete Rolle. Ja Klaus, was war da los? Aber, 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 ich wollte gerade sagen, Stefan, Klaus Kleber weiß das vom Tisch in Mainz viel besser. Genau, ich glaube das auch. Der weiß das auch besser als sein Korrespondent. Ja, denen geht es dann nicht um Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot oder öffentlichen Nahverkehr. Nein, denen geht es um den Brexit. Jetzt kann Klaus Kleber natürlich sagen, hängt doch alles miteinander zusammen und so. Aber, der kleine Mann auf der Straße kümmert sich jetzt erstmal nicht um Brexit, wenn er einen Bürgermeister wählt. Der weiß nämlich, diese Wahl braucht keinen Stimmungstest. Da kann ich nämlich in sechs Wochen wirklich wählen gehen. Ich möchte ganz kurz mal unsere Hörer aufrufen. Gibt es Texte oder quasi Meinungen, die quasi pro Brexit sind, die aber jetzt nicht aus dem rechten oder nationalen Spektrum kommen? Weil das würde mich mal interessieren. Ja, allein so die Diskussion mal, wo wird die eigentlich geführt? Das ist wie bei TTIP. Wo wird die Diskussion eigentlich wirklich mal geführt? Mit Pro und Contra und nicht nur mit Geschrei. So, jetzt kommt eine ganz bescheuerte Kurzmeldung. Ich weiß nicht, sie ist glaube ich nur zehn Sekunden lang oder so, hören wir gleich. Jedenfalls lässt sie mich zweifeln an meiner Vorhersage, dass die AfD nicht in den Bundestag kommt, weil die AfD es doch schafft, das Wörtchen heißt ownen, die Öffentlich-Rechtlichen zu ownen, einfach zu übernehmen, ohne irgendwas machen zu müssen. Die AfD kommt jetzt nicht mal vor, das ist noch viel schlimmer und trotzdem entscheidet man sich jetzt, beim CDF eine sinnlose Agenturmeldung, die irgendeine Regionalzeitung verursacht hat, ins große deutsche Fernsehen zu heben. In Deutschland leben vier Millionen Muslime, sie, die Menschen, gehörten zu Deutschland und dürften nicht ausgegrenzt werden, sagte Unionsfraktionschef Kauder der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Islam dagegen gehöre für ihn nicht zu Deutschland. Er habe Deutschland weder historisch noch kulturell geprägt. Also ich finde ja, der Christ Volker Kauder gehört zu Deutschland, aber das Christentum nicht. Ich verstehe das nicht. Also was soll das überhaupt bedeuten? Also Muslime dürfen nicht ausgegrenzt werden, die gehören natürlich zu Deutschland, weil die leben ja hier. Aber ihre Religion muss ausgegrenzt werden. Die müssen sie dann zu Hause lassen. Also die Religion bitte zu Hause lassen, wenn ihr einkaufen geht. Weil das würde ich nicht akzeptieren. Ich weiß zwar nicht genau, woran ich das erkenne, aber ihr müsst eure Religion jetzt zu Hause lassen. Irgendwie, also für mich war die Meldung genauso interessant, wie wenn die jetzt gesagt hätten, der Vogel des Jahres ist irgendwie die Stieglitz, um mal so an Sascha Lobos Versuche Sinn in die Welt zu bekommen. Ich habe dann mal wirklich nachgeguckt. Also in Estland ist der Vogel des Jahres die Kohlmeise, in Südafrika der Siedelweber und in Neuseeland gibt es noch keinen Vogel des Jahres 2016, weil da noch die Abstimmung läuft für den Vogel des Jahres 2015. Und den Vogel des Jahres im Medienbetrieb hat das CDF für diesen Scheiß. Der Vogel, das wäre ja fast schon ein Sendungstitel, aber du hast recht, die Stieglitz, oder nee, der Stieglitz ist der Vogel des Jahres in Deutschland. Ja, also wir wissen jetzt, wer die Vögel auf der Welt so sind und wir wissen, also der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und das ist ganz wichtig, weil Osnabrücker Zeitung, wir wissen ja, Osnabrück ist ja ja Epizentrum der Religionsdebatte in Deutschland. Wenn der Volker Kauder da irgendwas dem Journalisten sagt, dann muss man das leider aus irgendeinem Kontext, den man sich gar nicht vorstellen kann, nehmen und hier so eine sinnlose Meldung draus machen. Ganz großartig, CDF. Ich komme darauf zurück, wenn wir dann in anderthalb Jahren besprechen, dass die AfD mit 18 Prozent im Bundestag sitzt und die SPD mit 19 Prozent. Bist du immer noch der Meinung, dass die AfD nicht in den Bundestag kommt? Naja, ich kann es leider nicht mehr aufrechterhalten, weil solche Kurzmeldungen ja die ganze Zeit abgefeuert werden. Also es wäre ja Irrsinn zu sagen, die AfD kommt da nicht in den Bundestag, ja. Also ich muss mich hier selbst wieder rufen, wegen sowas. Das ist ja auch so ein bisschen so, wie bei Trump in Amerika. Also alles, was Trump sagt, wird vermeldet und alles, was seine Gegner über ihn sagen, wird auch vermeldet. Ja. Und ich meine, Trump redet auch quasi mit der Osnabrücker Zeitung, ja. Also mit irgendeinem Morgenfernsehen. Total verschlafen. Also man muss sich das echt mal angucken, diese zwei Clips da. Wie ja total verschlafen morgens. Und die Leute im Studio noch fragen, liegen Sie noch im Bett oder was ist mit Ihnen los, Herr Trump? Und er sagt dann so, ja irgendwie war nicht der Cruz-Vater Freund vom Harvey Oswald oder so. Und dann lese ich eine Spiegel-Online-Überschrift darauf hin. Trump sagt, Cruz-Familie ist Mitschuld an der Ermordung von John F. Kennedy. Und dann denke ich mir so, ey, für wen habt ihr das jetzt aufgeschrieben? Ja? Für irgendeinen Google-Roboter, der dann nochmal schnell das hochrankt oder so? Also ganz, 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 ganz merkwürdig. Zum Glück habe ich ein Buch darüber geschrieben, kann man alles nachlesen. Müssen wir hier nicht im Detail machen. Jetzt reicht es aber. Also du hast ja dreimal dein Buch erwähnt. Habt ihr es schon gekauft. Es heißt Redagationsschluss. Wurde gestern bei Deutschlandfunk-Andruck besprochen. Aber jetzt reicht es wirklich. Thilo hat recht. Wir sind hier, wir machen keine Ego-Shows. Dafür ist Thilo nicht bekannt und Stefan Schulz auch nicht. Dankeschön. So, nächste krasse Kurzmeldung. Und jetzt müssen wir wieder zurückkommen in unsere Wir-verstehen-die-Welt-nicht-Haltung, weil wir sie einfach wirklich nicht verstehen und das CDF uns hier auch nicht weiterhilft. Im Nordwesten Syriens sind bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager dutzende Menschen getötet worden. Noch ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von 28 Toten, darunter Frauen und sieben Kinder. Das Flüchtlingslager liegt in der Region Idlib, nahe der Grenze zur Türkei, die von der Al-Qaida nahen als Nusra-Front kontrolliert wird. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Das wissen wir leider noch nicht. Wir wissen wirklich nicht, also keiner kann uns hier sagen, wer ist eigentlich schuld. Naja, also ich habe ein Video geschickt bekommen, wo mal dokumentiert wurde, wie die Nachrichten ARD und ZDF immer gleich, also nicht immer, aber in vielen Meldungen so eingepackt haben, ja, es wird vermutet, dass das Assad-Truppen waren oder so. Ja, also das hören wir gleich am Folgetag, wenn mit Guido Steinberg gesprochen wird ein bisschen, aber... Schon wieder Guido Steinberg? Ja, wir bleiben mal kurz bei dem kleinen Clip hier, rollen ihn mal von hinten auf, ja. Al-Nusra, in diesem Gebiet, wo das Flüchtlingslager ist, herrscht Al-Nusra. Kein Feind der Bundesregierung übrigens. Genau, das zum einen. Wer ist Al-Nusra nochmal? Ja, haben wir ja auch eine Folge zugemacht. Das sind ja diese ausgedachten Typen, die sich Assad ausgedacht hat, als er meinte, hier, ich muss mal was gegen Terror machen. Wo ist denn der Terror? Wir haben keine. Dann erfinde ich mal schnell welchen. Dann gab es leider Nachahmer. Ja, jetzt gibt es eine echte Al-Nusra. Ja, also es gibt, die Al-Nusra herrscht da, wo das Flüchtlingslager ist. Jetzt fragt man sich, Syrien, wieso ist überhaupt denn Syrien ein Flüchtlingslager? Haben die da nicht eine Mauer zwischen Türkei und Syrien, die übrigens nicht mehr 200 Kilometer lang ist, sondern die wird jetzt erweitert auf 800 Kilometer? Also dieses Flüchtlingslager ist auf der Seite, auf der Kriegsseite, jenseits der Mauer, die zum Schutz des Friedens in der Türkei irgendwie da ist, was auch nicht besonders gut klappt. Das zum einen, ja, auf so Ideen kommt zum Beispiel das Kanzleramt, ja, Merkel, die irgendwie sagt, ja, wäre es denn nicht gut, wenn die Leute näher an ihrer Heimat untergebracht sind, statt in Sicherheit? Also da beginnt die Satire. Das andere ist, wieso werden eigentlich Flüchtlingslager bombardiert, ja? Sind die nicht eigentlich dafür da, dass da nicht bombardiert wird? Also es ist doch wirklich, ich verstehe das alles nicht mehr. Und das ist dann auch dieses, ja, wir wissen leider noch nicht, wer dafür verantwortlich ist. Also haben wir jetzt eine total überwachte Aufklärung von überall? Klar wissen die das, ja, aber sie wollen es irgendwie nicht sagen. Naja, also ein Flüchtlingslager wird angegriffen. 28 Tote, ja, das heißt 28 sterben. Tausende sind betroffen, weil ihre Zelte abgefackelt sind und so weiter. Nur noch Schutt und Asche. Und am Folgetag wusste man dann immer noch nicht, wer ist eigentlich dafür verantwortlich. Aber man hat mal mit Guido Steinberg über die allgemeine Frage in Syrien gesprochen, weil wenn jetzt in Syrien schon Flüchtlingslager angegriffen werden, fragt man sich ja, wie schlimm ist es jetzt wirklich in Syrien und wie lange wird es noch dauern? Und jetzt kommt mal diese kleine weltpolitisch-geografische Einordnung dieses Krieges, wer ihn führt und wie lange er dauert. Nun hält ja offenbar in Aleppo einigermaßen der ausgehandelte Waffenstillstand zwischen allen Beteiligten, nachdem die USA und Russland ihn gemeinsam ausgehandelt haben. Haben die beiden denn noch entscheidenden Einfluss? Das sieht ja fast so aus. Ja, der vorherige Waffenstillstand, der am 27. Februar in Kraft getreten ist, der hat ja auch durchaus sechs Wochen gehalten. Und das zeigt, dass Russland und die USA, wenn sie sich einig sind, Einfluss auf diesen Konflikt haben. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass das Assad-Regime nicht nur Russland als wichtigen Unterstützer hat, sondern auch den Iran. Und da kann man sehr deutlich beobachten, dass die Iraner in den letzten Monaten ihre Unterstützung hochfahren, wohl auch als Reaktion auf die russische Unterstützung, um dort nicht an Boden in Damaskus zu verlieren. Sie haben vor allem ihre Unterstützung durch die eigene Armee hochgefahren. Es gibt mittlerweile Nachrichten darüber, dass die iranische reguläre Armee und nicht mehr wie früher ausschließlich die Revolutionsgarden präsent sind. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dieser regionale Unterstützer den Kampf im Moment eskaliert. Das heißt, jede Seite hat so ihre Unterstützer. Bedeutet das, dass dieser Krieg noch lange weitergeht? Ja, ich gehe davon aus, dass dieser Krieg noch Jahre weitergeht. Wir sehen sehr, sehr deutlich, dass das Regime im Moment in einer recht guten Situation ist. Allerdings hat es Probleme, weil ihm die Soldaten fehlen. Die Iraner helfen, die Hezbollah hilft. Es sind irakische und afghanische Milizen vor Ort. Und auf der anderen Seite haben wir die Aufständischen. Wir dürfen nicht vergessen, dass da hinter einigen der Gruppierungen die Türkei steht. Also auch die werden, obwohl sie geschwächt sind, noch auf Jahre hinaus diesen Krieg weiterführen können, wenn sie denn wollen. Fürchterliche Aussichten. Ja, fürchterliche Aussichten. Afghanische Milizen. Der Syrien-Krieg ist kein Syrien-Krieg, sondern es ist ein großer Stellvertreter-Krieg zwischen Türkei und Iran auf der einen Seite, Amerika, Russland auf der anderen Seite. Alle regional spielen da noch mit. Die AfD hat ja immer so große Angst, ja, diese von Storch twittert jetzt immer, nee, ihr findet eine große, wie nennt sie das, Volksumsiedlung, Volksaustausch, ja. Das Volk wird ausgetauscht, davon muss man Angst haben in Deutschland. Da gibt es auch Pläne, die man bei der UN nachlesen kann und so. Aber genau das müsste man jetzt machen, ja. Syrien einmal komplett entvölkern. Die Leute da komplett aus diesen Städten, die in Aleppo leben, immer noch Menschen, also das ist doch unglaublich. Die müsste man jetzt alle rausholen, weil wenn das denn noch Jahre, dieses kleine, wir hassen uns alle. Und in Syrien treiben wir es mal auf die Spitze und machen es materiell, ja, also. Das hat jetzt nichts mit dem Clip, den wir gerade gesehen haben, zu tun, aber ich finde, wir sollten uns mal mit der Stiftung für Wissenschaft und Politik auseinandersetzen. Ja, wobei ich schon glaube, dass man denen vertrauen kann. Naja, es ist einfach nur, sie beraten den Bundestag, sie beraten aber auch die Bundesregierung. Das heißt, sie werden bezahlt von der Bundesregierung. Und hast du gewusst, dass Guido Steinberg bis Oktober 2005 als Terrorismusexperte im Kanzleramt gearbeitet hat? Also, ich möchte da dir wieder in die Parade fahren. Stell dir mal vor, du bist jetzt Bundestagsabgeordneter. So wirklich ganz neu, Jahr 30, kostet so die ganz jungen... Ich wollte jetzt keinen Verdacht äußern. Der Bundestag hat null Kompetenz in irgendwas, ja. Wenn du Bundestagsabgeordneter bist, hast du alle fünf Minuten mit Themen zu tun, von denen du keine eigene Ahnung hast. Also wirklich null. Du könntest jetzt irgendwie hinsetzen und ein Buch lesen, ja, dann bist du eine Woche beschäftigt und hast in der gleichen Zeit 85 Themen ausgeblendet. Jetzt gibt es den wissenschaftlichen Dienst. Die Ministerien sind riesig, ja. Also wir haben irgendwie gehört, der Budget, das Personalbudget im Innenministerium ist 96 Millionen und das Beraterhonorarbudget ist 85 Millionen, ja. Also so weit hat man sich schon, hat man die Budgets aufgeblasen, wie man es dann auch ausgibt. Das ist dann wieder eine andere Skandalfrage, ja. Aber um sich da Wissen reinzuholen und man muss... Also diese Stiftung gibt es halt aus gewissen Gründen, weil ansonsten weiß man nichts über diese Region, ja. Niemand informiert einen. Man hat da so drei Mitarbeiter und man sitzt da irgendwie an einem Computer und muss halt irgendwie zu einer politischen Entscheidung kommen. Und ich finde es überhaupt nicht problematisch, dass Herr Steinberg, und dafür gibt es ja diese thematischen Referate im Kanzleramt, da mitarbeitet, dann aber wieder in diese Stiftung zurückgeht, ja. Im Kanzleramt kann er keine Bücher schreiben. Das könnte er beispielsweise in so einer Stiftung, ja. Wenn man dann immer da so hin und her wechselt und so. Ich finde es absolut unproblematisch, weil es keinen besseren Weg gäbe, als das so zu machen. Deswegen habe ich da gar keine Verdachtsmomente irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass Steinberg uns hier anlügt, ja. Dass das immer gefärbt ist mit irgendeiner politischen Haltung, kann ja sein. Aber die Aussage, das geht da noch Jahre, weil das sehr viele Stellvertreterkriege sind, auf die Deutschland auch keinen Einfluss hat. Ja, das kann man einfach so... Da hat er völlig recht. Mein Punkt ist nur, uns fällt ja immer wieder auf, dass anscheinend es nur ein Islam- beziehungsweise Terrorexperten gibt außerhalb des ZDF. Das ist Gidor Steinberg. Also Michael Lüders gibt es da noch, aber der kommt sehr, sehr selten vor. Ja, der ist aber auch Journalist. Ist oft Phönix. Ja, aber ansonsten gibt es irgendwie nur Gidor Steinberg. Warum immer wieder und immer wieder denselben und warum immer wieder dieselbe Stiftung? Also es ist so ein bisschen diese Organisation, nehmen wir mal die IG Metall, ja, weil ich die so ein bisschen kenne. Da arbeiten hier in Frankfurt 400 Leute. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind, fast alle müssen im Grunde Öffentlichkeitsarbeit machen, ja. Wir haben irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, aber wirklich jenseits der Organisation reden dann nur Leute, die internes Mandat haben. Das sind drei oder vier. Das sind nicht 20, 30. Also die Experten selbst reden nicht öffentlich, sondern die haben dann ihre, was weiß ich, hier ist es wohl mehr so bekannt als Funk und Fernsehen, ja, dass man bei Gidor Steinberg anruft. Bei anderen, man kann jetzt nicht die Referatsmitarbeiter irgendwie im Kanzleramt fragen, ob sie mal ein öffentliches Statement abgeben, ja. Das ist irgendwie, so läuft es halt nicht. Die sind auch nicht, da hat ja Schäfer auch immer recht, die sind nicht dafür da, um die Öffentlichkeit zu informieren, sondern um die Bundesregierung zu beraten. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Deswegen, die haben halt nicht so viele Ansprechpartner hier beim CDF, sondern die greifen halt auf die drei, vier zurück, die sie haben. Wobei ich jetzt... Ja, aber wo sind denn die anderen drei, vier? Naja, Gidor Steinberg, Gidor Steinbergs Chef, redet jetzt auch wieder sehr häufiger, den haben wir ja auch schon gehört. Der hat auch schon das gleiche gesagt, ja, mit Syrien, das wird noch Jahre dauern und die anderen zwei kenne ich jetzt namentlich nicht, aber man kann auch noch... Sind die anderen beiden auch von der Stiftung Wissenschaft und Politik? Ja, entweder daher oder irgendwo anders her. Ja, aber das ist doch... Also das finde ich doch problematisch, ohne da jetzt irgendwas zu unterstellen, aber es muss doch auch noch andere Experten geben. Okay, du musst jetzt nicht das Problem beschreiben, aber was ist die Lösung? Einfach mehr Leute, die sich da auskennen und öffentlich reden. Ich meine, du kannst mit unendlich vielen Leuten, die schon mal da waren als Touristen... Ich fordere eine Diversität an Experten. Naja, also das ist halt auch teuer, ne? So ein Gidor Steinberg kostet dich locker mal 10.000 Euro im Monat, alles drum und dran. Und das muss auch finanziert werden, das kriegst du nicht über Spenden oder so hin, ja? Da kriegst du auch keinen Journalisten in diese Position, das läuft halt über solche Stiftungen. Und wenn es dann nur, das ist eben ein Problem in Deutschland, ja, wenn es da eben nur eine Initiative gibt, die so eine Stiftung trägt, dann ist das halt ein Problem. Aber das ist jetzt nicht Guido Steinbergs Problem. Man kann froh sein, man muss in Deutschland froh sein... Das muss man auch ganz klar sagen, dass es überhaupt noch solche Stiftungen gibt, ja? Dass Guido Steinberg nicht wie viele seiner Kollegen einfach zum wissenschaftlichen Prekariat gehört und alles halbe Jahre damit zu tun hat, seine Verträge irgendwo zu verlängern. Sondern dass er zur Verfügung steht, hier zumindest dem Heute-Journal noch Auskünfte zu geben. Also muss man ganz deutlich so sagen, Deutschland steht da sehr, sehr, sehr schlecht in dieser ganzen Angelegenheit. Der Wissenschaftsbetrieb ist, also dieser universitäre Wissenschaftsbetrieb ist komplett ausgefallen für sowas, ja? Du hast nur noch irgendwelche sinnlosen Professorenarbeiten, ja, die dann so... Das ärgert mich sehr, dieser Heinz Bude, ja, schreibt ein Buch über die Stimmung in der Gesellschaft, die Stimmung als irgendwas. Ja, das sind dann so 140 Seiten, ich schreibe es mal schnell runter. Auf der anderen Seite hat man dann wieder so Hartmut Rosa, der schreibt über Resonanz als Weltbeziehung, super spannendes Thema, 800 Seiten lang, ja? Also auch nicht unbedingt kommunikabel, ja, auf der Ebene. Also es geht drunter und drüber. Auch wenn Heinz Bude jetzt auch bei Hansa verlegt, aber das muss ich jetzt trotzdem mal so kritisieren. Ja, also man hat so eine ganz abgehobene Professorenschicht, die irgendwas macht. Und dann hat man einen Prekariatsmittel baut, der gar nichts machen kann. Und dann hat man halt so Stiftungen, ja, die politiknah sind, die da angebunden sind, die da finanziert werden und die gute Arbeit machen. Freitag, Top-Thema, Karlspreis. Wir möchten uns nicht nochmal lustig drüber machen, weil wir es letztes Jahr schon gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, haben Sie denn wieder einen Prominenten gefunden, dem Sie den Preis geben können? Der Papst, ne? Der Papst, ne? Der Papst, ja, als Karlspreisträger. Das ist so, ich lese das mal vor, Karlspreisträger sind ja bisher, ja? Martin Schulz, Hermann van Rompuy, Schäuble, Trichet, Tusk, Merkel, Solana, Juncker, Clinton, Blair, Herzog, also Roman Herzog, Henry Kissinger. Ja, also man nimmt so die typischen, wer ist eigentlich gerade der bedeutendste Staats- und Regierungschef? Den gibt man mal einen Karlspreis, ja. Oh, da haben wir also schon mehr als ein Kriegsverbrecher, hat den Karlspreis bekommen. So läuft das ja bisher. Letztes Jahr haben wir noch ein bisschen Theater drin gehabt, weil Martin Schulz, kommt ja auch aus Aachen, hat in Aachen den Karlspreis bekommen. Dieses Jahr hat ihn der Papst bekommen, wie schon 2002, da hat ihn auch der Papst bekommen. Ratzinger hat es klug gemacht, ist zu früh zurückgetreten oder überhaupt zurückgetreten. Er konnte ihn nicht bekommen, hat ihn nochmal gerettet am Ende. Sonst hätte er ihn bekommen. Ja, genau, ja, irgendwann hätte er ihn auch bekommen. Also jeder Papst kriegt einfach den Karlspreis. Naja, Franziskus hat den Karlspreis bekommen und wir hören das hier, wie er die Chance genutzt hat, weil es fand er nicht in Aachen statt, sondern bei ihm im Vatikan. Und er hat in einer sehr guten Rede, wie ich finde, obwohl ich sie auch nur ausschnittsweise kenne, die anwesenden Staats- und Regierungschefs und damit auch ehemaligen Karlspreisträger, Christen, allemal exkommuniziert und ihnen das Wörtchen christlich unter der Nase weggeraubt. Was ist mit dir los, humanistisches Europa, du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit? Was ist los mit dir? Die Vertreter der europäischen Institutionen, die gekrönten Häupter, die Regierungschefs in der ersten Reihe, sie alle lauschten dem Papst wie Schüler, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Eine Rede, die im Gedächtnis bleiben wird, mit deutlichen Worten und klaren Positionen. Ich träume von einem Europa, in dem das Migrantsein kein Verbrechen ist, sondern vielmehr eine Einladung zu einem größeren Einsatz mit der Würde der ganzen menschlichen Person. Ich träume von einem Europa, von dem man niemals sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle stand und nur eine Utopie war. Ja, ich stelle mir das ja in einer idealen Welt so vor. In einer Nachrichtenredaktion, die sich entscheidet, weil ein großer Aufsichtsrat zu seinem Vorstandsvorsitzenden sagt, ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Ja, hatten wir ja letztes Jahr dieses Theater um VW. Nachrichtenredaktionen, die sich entscheiden, aufgrund dieses einen Sechs-Wortsatzes eine 13-Minuten-Berichterstattung zum Thema zu machen, der hätte ich auch zugetraut, dass sie, obwohl es eine Nachrichtensendung ist, dass sie 13 Minuten Papst komplett sendet. Ja, da werden doch alle Themen behandelt. Franziskus hat doch genau all die Themen behandelt. Was ist das für ein komisches Europa, in dem wir leben, ja? Kann man immer täglich runterbrechen auf, wie ist die Temperatur heute beim Brexit-Stand, ja, und so. Aber einfach mal so eine Papstrede im Heute-Journal, zack, komplett, schön synchronisiert, so wie hier auch. Aber, das ist alles Wunschdenken. Es gab danach, das ist ja dann immer ganz wichtig, Politiker-Statements. Ja, was hat eigentlich Merkel zu der Rede gesagt? Was hat eigentlich Martin Schulz zu der Rede gesagt? Das hören wir gleich, erst wenn wir uns nochmal in die Niederungen dieses Europas, das wir nun mal haben, das absolut scheiße ist, was man auch wieder sagen muss. Nachdem wir uns das mal kurz nochmal angeguckt haben. Und wir kommen zurück in die Türkei. Wie läuft es eigentlich so im echten Leben, ja? Wenn Europa denkt, wir sind mal auf so ein Land angewiesen. Wie geht man da mit Menschen um? Und wir hören mal hier dieses kleine, dieser kleine, schicksalhafte Tagesablauf an einem Tag von einem Journalisten in der Türkei. Dramatische Szenen am Nachmittag vor dem Justizpalast. Nur knapp entgeht der Journalist Can Dündar Schüssen eines Attentäters. Ein Reporter wird am Bein getroffen. Dündars Frau und ein Abgeordneter drängen den Täter ab, der sich widerstandslos festnehmen lässt. Was? Sie sind heute Morgen angeschossen worden? Nicht weiter wild, weil eigentlich geht es ja darum hier. Präsident Erdogan, der hatte Dündar und seinen Kollegen Erdemgül persönlich als Landesverräter und Spione angezeigt. Weil die Reporter über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Islamisten berichtet hatten. Lieferungen, die Erdogan stets bestritten hat. Das Gericht sprach am Abend das Urteil. Fünf Jahre und zehn Monate Haft für die Journalisten wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente. Also, am Morgen wird der Typ angeschossen. Am Nachmittag wird er verurteilt wegen Landesverrat und Spionage, weil er aufgedeckt hat, dass seine Regierung mit dem IS zusammenarbeitet. Und das ist diese Regierung, mit der wir uns jetzt gutstellen müssen, weil sie uns ja die Flüchtlinge aus dem Vorgarten fernhält. Aber Herr Seibert hat gestern nochmal gesagt, dass er froh ist, dass das Attentat am Morgen nicht erfolgreich war. Es ist glimpflich ausgegangen, super. Jetzt sind wir mal ganz froh, dass der Euro-Deal, dass der Türkei-Deal da weiter hinhaut. Jedenfalls ist der Tag ja noch nicht ganz rum. Wer morgens verurteilt wird und nachmittags, wer morgens angeschossen und nachmittags verurteilt wird wegen Landesverrat und Spionage, dem droht ja auch noch ein bisschen mehr. Also hier nochmal der kleine Halbsatz, der da noch folgte. Die Anklage wegen Unterstützung einer Terrorvereinigung wird in einem separaten Verfahren verhandelt werden. Ja, wir haben dich zwar gerade für fünf Jahre wegen Spionage und so eingeknackt, aber du bist ja auch noch als Terrorist angeklagt. Also wirklich haarsträubend. So, jetzt haben wir es einmal kontrastiert, ja. Papst sagt hier irgendwie, ey Leute, dieses Europa, was ihr hier gerade habt, entspricht überhaupt nicht dem, wovon ihr redet. Dann haben wir dieses komische Europa, mal so einen kleinen Alltagseinblick, ja, Nähe, Türkei und so, wie geht man da eigentlich mit Menschen um? Und dann hören wir jetzt mal, zurückgesprungen auf diese Papstberichterstattung, was sagt Merkel eigentlich nach so einer Rede vom Papst? Das ist Auftrag für uns zu handeln, Europa zusammenzuhalten, sei es, wenn es um die Währung geht, sei es, wenn es um den Schutz unserer Außengrenze geht und vor allen Dingen die Menschlichkeit und die humanitäre Aufgabe Europas nicht zu vergessen. Und vor allem die Menschlichkeit und die humanitäre Aufgabe Europas nicht vergessen. Das ist wirklich, also, so absurd, da fehlen mir die Worte. Schlimm, 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 aber es ist ja immer, irgendwo auf der Welt ist es immer schlimmer, deswegen gab es einen riesigen Bericht zum Parteitag in Nordkorea, der uns allerdings nicht weiter interessiert. Ich habe jedenfalls nichts geklippt. Ich möchte nur die Beobachtung teilen, Kim Jong-un lebt nicht mehr lange, weil der ist ziemlich fett, ja, also der scheint sich das einfach gut gehen zu lassen. Kim Jong-un wird so einer, der es nicht schafft als Diktator, anders als Erdogan und Putin, die so ein bisschen, die wissen, wie sie ihr Ding zusammenhalten, ja. Kim Jong-un, ich gebe ihm noch drei Jahre, dann ist er da auch weg vom Fenster. Hast du gerade Erdogan und Putin als Diktatoren bezeichnet? Naja, du weißt, wie ich es meine, soziologisch, nicht politisch. Naja, die, also Erdogan ist ein Diktator, ja, dafür ist kein Weg dran vorbei. Warum? Ja, wer ein bestehendes politisches System so umbaut, dass alle Macht auf seinen aktuellen Posten hinausläuft, das ist einfach, so handeln nur mal Diktatoren, ja. Und Demokraten sagen einfach, gut, da wird es halt abgewählt, aber hoffentlich erst in vier Jahren. Und um das zu verhindern, rede ich mit meinem Volk. Das macht Erdogan nicht. Sondern lässt sich da einfach sinnlos feiern. Also Erdogan ist wirklich ein Diktator, ja, da fehlt jetzt kein Weg dran vorbei. Putin nicht, aber Putin hat natürlich genau die gleichen Probleme, seinen Laden zusammenzuhalten. Liest sich ja sehr schön bei Hubert Seipel im Buch. Nachrichten aus der Wirtschaft, wir hören mal eine ganze Wirtschaftsnachricht, weil es ist diesmal, wie wir uns das wünschen, Armutsberichterstattung. Es geht um Armut, aber Frank Bethmann kommt nicht umhin, ganz am Ende doch nochmal auf den DAX zu schauen. Und ich finde, er schafft dafür eine sehr elegante und damit auch ziemlich dumme Überleitung. Aber warum auch nicht, wenn die Wirtschaftsnachrichten mal Armut als Thema behandeln, kann man sich das auch mal komplett anhören. Und jetzt kriegt er auch mal mit, wie kurz eigentlich so eine Wirtschaftsberichterstattung ist. Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung schrumpft die Mittelschicht. Woran liegt das? Frank Bethmann, was sagt diese Studie? Die Experten machen dafür vor allem das Anwachsen des Niedriglohnsektors verantwortlich. Immer mehr Jobs, vor allem in der Dienstleistung, werden im Schnitt zu schlecht bezahlt. Auch Teilzeitarbeit hat in vielen Fällen zu Einkommensverlusten geführt. Die spannende Frage, wann gehört man denn eigentlich überhaupt noch zur Mittelschicht? Laut der Studie zählt dazu, wer im Jahr zwischen 17.000 und 50.000 Euro verdient. 1983 bewegten sich noch 62 Prozent in dieser Bandbreite. 2013 waren es nur noch 54 Prozent. Vor allem immer weniger jüngere Menschen gehören dazu. Bei den 18- bis 30-Jährigen sank die Quote um 17 Prozent. Bei den 30- bis 45-Jährigen um 14 Prozent. Nun kann man die Mittelschicht, wenn es ums Verdienen geht, ja immer in zwei Richtungen verlassen. Nach oben oder nach unten. Tatsächlich aber rutschen doch immer mehr Menschen in die unteren Lohngruppen ab. Und noch etwas verrät die Studie. Es wird immer schwieriger, allein mit der Hände Arbeit sein Auskommen zu erwirtschaften. Heißt im Umkehrschluss, die Gehälter spielen eine immer geringere Rolle für den Wohlstand. Was nichts anderes heißt, als dass Vermögen, die ihr Geld zunehmend mit Mieten und Zinsen verdienen. Womit wir an den Kapitalmärkten werden und noch einen Blick auf den DAX riskieren. Der kann sich heute mit einem Endspurt sogar noch ins Plus retten und 18 Zähler zulegen. Auf Wochensicht aber verliert der deutsche Aktienindex zwei Prozent. Geil, oder? Ja, wir reden jetzt mal kurz über arme Menschen. Aber zum Schluss noch mal eine Nachricht für die Reichen unter euch. Also ganz, ganz absurd. Ich habe heute Morgen gesehen, bei Hart aber fair mit Plasberg ging es gestern ums Erbrecht. Und ich finde es unverantwortlich, bei so einer Debatte nicht Julia Friedrichs einzuladen. Was denken die sich in diesen Redaktionen? Also ganz, ganz schlimm. Und damit sei noch mal, wir erben das Buch empfohlen von ihr. Wobei ich es auch schockierend fand, 17.000 Euro, ja? Und da fallen jetzt Menschen unten raus. Also das ist doch wirklich, was ist los mit Deutschland, ey? Wir gehören zum Mittelschicht, Stefan. Ja, aber 17.000 Euro ist die Untergrenze. Und da fallen jetzt Menschen raus. 17.000 Euro auf zwölf Monate geteilt. Wieso haben wir eigentlich so wenig Kinder? Wie kann das sein? Naja. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das ist alles so alternativlos. Die Alternative wäre ja Diktatur-Totalitarismus. Wenn uns nicht der Bayerische Rundfunk vorgibt, was die CSU meldet. Und dafür brauchen wir nicht den Bayerischen Rundfunk. Nein, auch das CDF macht uns eine CSU-Berichterstattung. Wenn Seehofer das will, weil er mal wieder einen tollen Vorschlag hat. Wie zum Beispiel, ach keine Ahnung, er hat wieder irgendeinen Vorschlag gehabt. Wie zum Beispiel, wir können auch unser eigenes Wahlprogramm schreiben. Wir müssen nicht mit der CDU in den Bundestagswahlkampf gehen. Und wir hören jetzt mal, ich habe das mal alles entkernt, ja. CDF-CSU-Berichterstattung geht ja typischerweise immer über vier Minuten. Hier in dem Fall auch. Ich habe es mal runtergebrochen auf weniger als eine Minute. Wo auch das Wichtige drin vorkommt. Und der Widerspruch ist fast so schön wie oben mit Kleber und seinem Berichter aus London und so. Wir hören mal zusammengedampft auf das Notwendige. Was das CDF uns hier zu berichten hat. Die CSU, die hat schon wieder Kraft für neue Unruhe. Seehofer lässt jetzt laut darüber nachdenken, wie man die Kanzlerin im Wahljahr 2017 entweder auf CSU-Linie bringen kann. Oder ersatzweise die CSU so in Stellung bringt, dass Richtung AfD abdriftende Wähler sehen. Der Horst Seehofer, der sorgt schon für das rechte Gewicht in der Union. Die Drohungen haben Methode. Es begann im vergangenen Jahr mit Gerüchten. Seehofer ziehe die CSU-Minister aus Berlin ab. Aber nichts passierte. Dann, kurz darauf, wegen der Grenzöffnung, die Androhung einer Verfassungsklage. Die bayerische Staatsregierung gegen die Bundesregierung. Viel Lärm, viel Aufruhr. Doch am Ende passierte wieder nichts. Die Klage liegt auf Eis. CDU, so scheint es jedenfalls, hat das Spiel durchschaut, lässt den Sturm vorbeiziehen und sagt doch heute nichts mehr dazu. Ja, und wann durchschaut das ZDF das Spiel? Gar nicht. Gar nicht. Und das war jetzt echt ein fast fünf Minuten langer Bericht, ja. Mit dem quasi nur gesagt wurde, ja, die CSU, die macht mal wieder hier und so. Also, naja, ein paar kurze Kurzmeldungen noch. Irak, ja, Irak. Es gab Funde im Irak und es ist hier auch, Kurzmeldung, es ist unglaublich. Im Irak sind mehr als 50 Massengräber gefunden worden. Das berichtet der UN-Sondergesandte Kubis, dem UN-Sicherheitsrat in New York. Die abscheulichen Verbrechen seien entdeckt worden, nachdem sich der IS aus mehreren Regionen zurückgezogen hatte. Ja, geben wir uns mal damit zufrieden, stellen keine weiteren Fragen, wie zum Beispiel, gibt es sowas vielleicht auch in Syrien und wir wissen es nur noch nicht? Da gibt es ja auch so ein IS oder so. Den müssen wir da nicht helfen, den Menschen. Zaun, Mauer, gut ist. Jetzt ein Funfact zum Thema Klimaschutz, weil wir hier Bildbeutel und so schön hatten. Eine Frage, Thilo, das ist jetzt eine Frage für dich. Ein Kreuzfahrtschiff, ja, fährt einmal über den Ozean. Nehmen wir mal London, New York, die schöne Strecke. Um den gleichen Schadstoffausstoß zu erreichen, wie viele PKWs könnten dieselbe Strecke fahren? Nenn eine Zahl. Richtig. Warte, 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 20.000. 20.000? Na dann hören wir mal. Das Image vom weißen Schiff auf blauem Meer funktioniert nur in Reisebroschüren. Ein Ozeanriese stößt so viel Schadstoff aus, wie 5 Millionen Autos auf derselben Strecke. Oh. Da lagst du jetzt nur bei 0,2 Prozent, glaube ich, wenn ich richtig rechne. Ich wollte spontan 100.000 sagen und dachte, das ist doch verrückt, aber... Ja, 5 Millionen, aber ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall Silvesterraketen verbieten oder Kreuzfahrten oder so. Also die Meldung hier drumherum war, es gibt jetzt das erste Schiff, das zumindest, wenn es an Land liegt, die Motoren ausmachen kann, weil man jetzt mit Gas irgendwie die Stromerhaltung aufrechterhält. Holy shit. Ja, 5 Millionen, 5 Millionen Autos verpesten dies genauso viel wie ein, ein Kreuzfahrtschiff. Gut, letzte Meldung, weil es alles so düster ist, hier eine richtig gute Meldung. Wegen Sturm- und Terrorwarnungen waren im Februar vielerorts die Rosenmontagsumzüge abgesagt worden. Heute holte Mainz nach und feierte zugleich 200-jähriges Bestehen der Region Rheinhessen. Bei schönstem Frühsommerwetter kamen rund 180.000 Menschen zu dem Umzug. Ich sag dir, die kommen noch auf den Geschmack und machen das jetzt immer im Mai statt im Februar, weil das ist ja viel geiler. Ja, wir kommen zum Regierungsbericht aus Berlin, den ich mir immer wieder angetan habe. Heißt du ja nicht eigentlich Bericht aus Berlin? Ja, aber wir müssen ja hier faktisch korrekt berichten. Das wäre Lügenpresse, wenn man sagen würde, das wäre kein Regierungsbericht. Genau. Und ich habe eigentlich wahrscheinlich genau das Richtige getan, weil diese Ausgabe war eine ganz besondere Ausgabe. Eine absolute Horse Race Ausgabe unter dem Banner, wir haben Angst vor der AfD. Und wir, könnten wir auch damit beschreiben, wir CDU-Fans. Und wir konzentrieren uns aber auf die Moderatoren des Regierungsberichts aus Berlin und fangen mal mit ihrer Einstiegsmoderation an. Wir hören Sabine Rau. Abschieben! Abschiebend skandieren sie Aggression pur. Gestern hier in der Hauptstadt rund 1800 Menschen, weniger zwar als erwartet, marschierten unter dem Motto Merkel muss weg. Ein knallrechtes Bündnis gegen die Flüchtlinge, gegen die Presse, gegen die Regierung. Und damit guten Abend, meine Damen und Herren. Darüber wollen wir jetzt reden mit Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Herr Maas, woher kommt diese ganze Wut, dieser Hass gegen die Eliten, gegen die Politik, gegen Sie, gegen uns? Was ist Ihre Erklärung? Hm. Gegen uns. Wo kommt der Hass gegen die Eliten, gegen die Politiker, gegen uns? Aber, ja, ich finde es auch gut, dass sie eine Kamera da hatten, ja, damals 250.000 Leute gegen TTIP. Ja, also da haben wir leider nur ein Foto von. Tausend Leute AfD. Ja, vor Kamera geht mal hin, stellt euch rein, lasst euch bepöbeln. Ja, ja. Tja, gegen uns halt. Ja. Ich finde das wirklich bemerkenswert, es ist beim Mittagsmagazin besonders deutlich, wenn da so die Berichterstattung läuft, egal, Brexit, Griechenland, irgendwie, es ist immer klar, wer wir sind, ja. Ja, also es ist immer so, die anderen, also man will gar nicht, man denkt immer, man macht die Berichterstattung für diejenigen, die man auch auf der eigenen Seite hat, ja, dass da auch AfD-Anhänger zugucken oder so, das ist da gar nicht drin im Konzept irgendwie, dass man da auf der Ebene mal Überzeugungsarbeit leistet oder so. Ne, ist immer gleich die Frage, wieso sind die scheiße? Genau. Prächtigte Frage, aber nur inhaltlich, nicht methodisch. Wir konzentrieren uns in dieser Ausgabe auf die Fragen von Sabine Rau und wir fangen mal mit der ersten an und es ist jetzt einfach wahrscheinlich Zufall, dass das jetzt sich so anhört, als ob Sabine Rau die Frage auswendig gelernt hat. Das kann nur Zufall sein. Ja, genau, das wollen wir jetzt noch einmal vertiefen. Sie sind ja persönlich auch Ziel solcher Attacken geworden. Es gibt davon Bilder, das können wir mal zeigen. Sie selbst sind ja auch nicht eben zimperlich gewesen. Sie haben die AfD als Brandstifter, als geistige Anführer solcher Attacken bezeichnet. Ihr Parteivize Olaf Scholz sagt jetzt in einem Strategiepapier der SPD, das ist ganz falsch, man darf die AfD nicht dämonisieren. Widersprechen Sie ihm? Es geht um, also Heiko Maas war der Gast und Sabine Rau hat sich ihre Fragen vorher zurechtgelegt und hat auch wunderbar stundenlang auswendig gelernt und da kommen wir noch einmal später drauf, aber wir hören nochmal ganz kurz Heiko Maas, der eine Lösung vorschlägt, wie man die AfD jetzt super bekämpfen kann. Dass wir die AfD als Partei nicht dauerhaft dämonisieren, der Auffassung bin ich auch immer gewesen, weil wir tun ihnen damit einen großen Gefallen, denn sie wollen als Aussätzige behandelt werden von den anderen etablierten Parteien. Das macht sie eigen und das macht ihre Besonderheit aus, wie sie glauben und deshalb die AfD ist eine langweilige, eine stinknormale, miefige Partei und jetzt müssen wir uns mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen. Oh Gott. Wir müssen die AfD als genauso langweilig darstellen, wie die anderen Parteien. Ja, wir kommen leider aus der Langeweile nicht raus, also müssen wir die anderen langweilig machen und zu dieser Frage, wir dürfen sie nicht dämonisieren und so. Ist das derselbe Heiko Maas, der auf Twitter jeden Tag fünfmal schreibt, dass die AfD ja der Dämon ist und so? Nein, nein, das sind zwei verschiedene Personen, das sind zwei verschiedene Personen. Wir bleiben aber bei Sabine Rau, die eine nächste Frage stellt, die unterstreicht, was sie für eine krasse Investigativreporterin ist. Herr Maas, es hat heute irritierende Gerüchte gegeben, Sigmar Gabriel, der Parteivorsitzende, würde morgen zurücktreten. Was ist da dran? Ich habe das auch nur gehört. Ja, guckt der auch Bayerischen Rundfunk? Hat der auch gehört von Mark Ward? Wir bleiben bei Sabine Rau, die weiterhin, die Investigativ nachfragt. Quatsch und damit klares Dementi? Ich glaube, dass das so viel Quatsch ist, dass man es noch nicht mal richtig dementieren kann. Also, ich meine, alles gesagt ist, es ist alles gesagt zu Mark Ward, ne? Irgendwie, er hat ja auch selbst jetzt geäußert, er fühlt sich von seiner Quelle missbraucht. Aber die wirklich realistische Frage ist auch, wann tritt Sigmar Gabriel zurück? Weil mit Sigmar Gabriel, ja, wird das alles nichts. Die SPD wird nicht über 20 Prozent kommen, solange sie mit Sigmar Gabriel in den Bundestagswahlkampf einzieht. Es ist nur die Frage, wann ist der gute Zeitpunkt für alle Beteiligten? Denn, ich meine, jetzt ist Olaf Scholz schon ganz zauberhaft hier in dieses Gespräch eingefädelt worden, weil er ein Strategiepapier geschrieben hat. Oho und so, ja, wer ist denn Olaf Scholz? Es wird doch so kommen. Ja, aber nein, das ist so großer Quatsch, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sigmar Gabriel alternativlos ist und ob er jetzt noch vor der Bundestagswahl als SPD-Chef und oder Wirtschaftsminister zurücktreten wird. Was ich aber weiß, ist, dass sein Sprecher, also sein Kompagnon im Wirtschaftsministerium, Herr Düno, hat seinen Posten geräumt. Echt? Und übernimmt jetzt den Posten in der SPD-Zentrale. Also Düno wird quasi einer der Wahlkampfmanager. Und das zeigt für mich einfach, dass Gabriel seine Schäfchen in der Parteizentrale in Stellung bringt. Das ist interessant. Düno als Parteisprecher, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch so ein richtiger trockener Verwaltungsvorleser. Oh Gott. Wir bleiben bei Sabine Rau, die immer noch nicht ihr Investigativ-Reporter-Tum ablegen kann und nochmal eine Horse-Race-Frage stellt zu Gabriel. Sigmar Gabriel ist ja nach den letzten Umfragen angeschlagen. Ist er als Kanzlerkandidat eigentlich die richtige Person? Nein. Natürlich nicht. Was für eine Frage. Aber sie fragt natürlich einen SPD-Mitglied der Bundesregierung. Da ist scheißegal, was da jetzt für eine Antwort kam. Wir wissen, wer jetzt für eine Antwort kam. Und einfach nur, um zu zeigen, dass das gar kein Theaterstück war und dass Sabine Rau sich dieses Stück nicht mehrmals aufführen musste, macht sie jetzt nochmal transparente Angaben. Vielen Dank, Heiko Maas. Gerne. Ja, und das Gespräch mit Heiko Maas haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Who cares? Aber wir bleiben bei Sabine Rau, die uns gleich in das nächste Thema überführt. Wir sind ja immer noch bei dem AfD-Angst-Spezial des Regierungsberichts aus Berlin. Bleiben wir beim Streitthema AfD. In der Union ist eine heftige Debatte entbrannt, denn auch sie verliert mächtig Wähler an die AfD. Führende Unionspolitiker fordern einen Kurswechsel von der Kanzlerin Richtung rechts. Merkel sagt zwar Nein, doch die Parteivorsitzende gerät zusehends unter Druck. Mehr noch, an der Basis werden selbst zukünftige Bündnisse mit der AfD nicht mehr ausgeschlossen. Ich finde es geil, wenn mal so ein CDU-Heini von einem, der das hier fordert, wenn jemand vor die Kamera geht und sagt, Leute, die AfD hat recht und wir müssen da jetzt auch hin. Das ist die Ansage. Das war der Einstieg in den totalen Horse-Race-Journalismus. Und als Outro werden wir diesen kompletten Beitrag, diesen dreimündigen Beitrag über die CDU und wie sie sich der AfD anbiedern will und wie gefährlich die AfD der CDU werden könnte und dass man mit der AfD ja vielleicht irgendwann auch koalieren könnte. Wir werden das später als Outro hören und das ist ein Paradebeispiel für Horse-Race-Journalismus. Wenn es noch ein bisschen ist, wieso nicht jetzt? Na gut, wenn du willst. Mach mal. Dann hören wir uns das ganze Ding mal an. Und ich wollte gerade erklären, was die Merkmale von einem Horse-Race-Beitrag sind. Aber wenn du jetzt zuhörst, kannst du ja mal klingeln oder Pause machen oder am Ende uns erzählen, warum das so ist. Lieber mehr nach rechts, weniger nach links. Mehr konservatives Profil, das wünschen sich diese Herren vom CDU-Stadtverband Landsberg in Sachsen-Anhalt. Im Land wird jetzt mit SPD und Grünen regiert. Lieber hätten sie sich hier tolerieren lassen, auch von der AfD. Sie sprechen aus, was ihre Parteispitze nicht hören will. Oh, oh, oh. Die Richtung der AfD zu einer verfassungskonformen, rechtsstaatlichen Partei ist ja eingeläutet. Noch nicht ganz vollzogen aus meiner Sicht, aber die Richtung dahin ist klar. Und wenn die weiter beschritten wird, dann wird auch für uns das ein Schnittmengen-Koalitionspartner. Wie nah die Schnittmengen zur AfD sind, hat die Wahl der Vizepräsidenten im Landtag von Sachsen-Anhalt gezeigt. Der Kandidat der Linkspartei fällt im ersten Wahlgang durch. Der Kandidat der AfD schafft es auf Anhieb, wohl auch mit Stimmen der CDU. Rückenwind von der CDU für die AfD? Glaubt man dem Vorsitzenden, dann melden sich bei ihm immer öfter auch CDU-Mitglieder. Die uns sehr wohl gesehen sind. Glaubt man nicht. Weil sie sagen, ihr macht eigentlich die Politik, die meine Partei machen müsste. Und ich habe mehr als einmal, auch mehr als zehnmal hinter KOM vorgehalten in Hand gehört. Mehr wählt euch ja auch. Auf Hochdeutsch, CDU-Mitglieder wählen die AfD. Eine pure Provokation für die Unionsspitze. Eine Koalition mit den Rechtspopulisten will hier niemand. Doch der Streit schwillt weiter. Die AfD wildert im Lager der Union. Nervosität macht sich breit. Immer mehr prominente Unionspolitiker fordern von der Kanzlerin, sie muss umsteuern. Die bisherige Strategie der Union im Umgang mit der AfD. Wer ist das denn? Die habe ich ja noch nie gesehen. Also die ignorieren wir noch nicht einmal. Mit denen reden wir gar nicht. Oder Dämonisierung hat alles keinen Zweck. Wir müssen uns sachlich auseinandersetzen. Ganz kurz, wir sehen jetzt gerade Bosbach und Klöckner. Und wie die in der Kamera stehen und wie diese Szene ist, die ist, also im Vergleich zu dem AfD-Vorsitzenden, die stehen da, als ob sie einen PR-Manager dabei hatten, als ob sie einen Zähnenbildner dabei hatten. Also das ist wunderschöne Bilder von bekannten CDU-Politikern. Und die Klöckner ist ja auch selber so schön. Ja. Im Vergleich zu diesen AfD-Männern. Unsere Weinkönigin. Genau. Wir sind jetzt übrigens beim Stand, wir haben ein AfDler gehört, den AfD-Vorsitzenden, und sind jetzt bei der dritten CDU-Stimme. Und wir hören mal weiter, wie viele CDU-Stimmen wir noch so hören und wie viele AfD-Stimmen. Sachlich auseinandersetzen mit der AfD. Und da geht es letztlich darum, sie nicht in die Ecke zu stellen, sie jetzt pauschal zu verurteilen, sondern sie zu fordern, nämlich inhaltlich zu fordern. Die Union muss definieren, wo das demokratische Spektrum endet am rechten Rand. Es geht um den konservativen Markenkern, sagt Rainer Haseloff. Themen wie Familie, Heimat, innere Sicherheit. Wir müssen auch durchaus legitime Forderungen, die in der CSU auf deren Parteitagen definiert wurden, auch in Teilen zu unseren machen. Das finden besonders diese beiden gut und rücken schon mal zusammen. Wir sind Schwestern. Noch. Doch ohne Kurskorrekturen droht Seehofer notfalls mit einem eigenen Wahlkampf gegen Merkel. Oh. Wir können nicht unsere Grundpositionen aufgeben, nur um der Harmonie willen. Die Kanzlerin lehnt das ab. Keine neue Strategie. In Landsberg in Sachsen-Anhalt kommt das nicht gut an. Hier haben sie das Gefühl, Merkel habe sich im Moment zumindest von ihrer eigenen Basis entfernt. Wir haben fünf CDUler gehört und einen kurzen O-Ton vom AfD-Vorsitzenden. Es war ein Beitrag über die Sorgen der CDU. Vor allem, man kann überall auf der Welt, vor allem gerade in Amerika und hier, beobachten, wie dieses Prinzip funktioniert. Clinton wehrt sich gerade gegen Trump und wie. Sie stellt jeden Tag drei Videos online, in denen mit Musik untermalt wird, was Trump für Blödsinn erzählt. Weil sie glaubt, alle finden, das ist Blödsinn. Und solange die CDUler über die AfD reden, verlieren sie an die AfD. Die müssen einfach nur das Thema austauschen. Ja, aber genau, das war jetzt der Fehler des Regierungsberichts aus Berlin. Weil wer war zu Gast? Natürlich ein CDU-Vorstandsmitglied, in diesem Fall Jens Spahn. Und wir konzentrieren uns trotzdem weiter auf die Horse-Race-Fragen von Sabine Rau. Werden jetzt zwischendurch aber trotzdem ein, zwei O-Töne von Jens Spahn hören. Aber direkt nach diesem Beitrag ging es dann los. Und Sabine Rau haut mal gleich die erste Horse-Race-Frage raus. Herr Spahn, Sie gelten als Klartextredner und als Konservativer. Muss die Kanzlerin mehr auf die Partei hören und auch auf Stimmen wie Horst Seehofer, Rainer Haselhoff, um enttäuschte Wähler zurückzugewinnen? Wir machen weiter mit Sabine Horse-Race. Ich nenne sie jetzt nur noch nicht mal Sabine Rau, sondern Sabine Horse-Race. Also über Themen reden, das würde ich viel, viel stärker wollen und erklären, was wir tun. Auch zum Beispiel darüber, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört? Und Sabine Rau macht einfach weiter mit ihrem Pferderenn-Journalismus. Teil 3. Über mehr Themen reden heißt aber noch nicht zwingend auch mehr Profil gewinnen. Hat die CDU nicht doch am rechten Rand oder rechts zu viel Platz gelassen und damit den Aufstieg der AfD begünstigt? Mir fällt dazu nichts mehr ein. Was glaubt Sie denn, dass sie hier so eine analytische Meta-Ebene gerade einzieht mit Oma Erna zu Hause? Also auf dem Sofa oder was? Ja, also mich interessiert das schon, was die CDU gegen diese AfD unternimmt. Doch, doch. Ja, aber immer nur darüber reden, was man unternimmt. Irgendwann muss man dann auch mal tun. Wäre nichts besser als so eine Sonntagabendsendung. Aber das war ja auch Thema beim Bayerischen Rundfunk, dass hier über die Haltungen der Parteien und der Regierungen auf jeden Fall informiert wird, aber über die Taten und die Lösungen, die tatsächlichen, die tatsächliche Action wird nicht geredet. Genau. Wenn Herr Spahn, wie wurde er gerade vorgestellt, als Klartextredner und Konservativer, wo er selbst die Augenbrauen erstmal eine Sekunde bewegt hat, so oh oh, echt, wusste ich gar nicht so. Also konservativer Klartextredner. Wenn er in so, im Grunde müssen, die CDU muss jetzt disruptiv rangehen, ja, weil die AD, die macht ihr Spiel jetzt weiter, bis die AfD drin sitzt, weil das sichert Einschaltquoten, ja. Weil das ist wie bei Trump, ja. Wenn man die AfD-Typen da hat oder Trump, dann schauen mir Leute zu. Die müssen jetzt ganz disruptiv rangehen und sagen, egal wie die erste Frage lautet, Herr Spahn, ja, es wäre so das Vorgespräch im Kanzleramt von Merkel, Herr Spahn, wenn sie heute da sind. Sie wissen ja, sie haben nur vier Minuten, drei Antworten Zeit. Ihre erste Antwort lautet, egal was sie gefragt werden, ich bin dafür, dass alle Menschen, was weiß ich, wir wissen jetzt, wo die Mittelschicht da lebt irgendwie, ja. Die weniger als 17.000 Euro verdienen, ein Einmalgeschenk 500 Euro bekommen, ja. Einfach mal das Thema komplett übernehmen, mit irgendeinem Vorschlag, der nichts kostet im Grunde, also wirklich substanziell, fällt ja wirklich nicht ins Gewicht. Einfach mal so eine Einmalzahlung, weil die Merkel hatte dann so im Hinterkopf, ja, damals als Fußball-Weltmeisterschaft war, da hat doch dieser Ökonom ausgerechnet, das hat die Leute so glücklich gemacht, als hätte man ihnen in Deutschland 500 Euro geschenkt, ja. Und um dieses Gefühl wieder herzustellen, irgendwie, jetzt ist Sommer, willst du nicht eine neue Kamera kaufen, willst du nicht hier einen neuen Topf kaufen oder so, einfach mal die Leute ablenken mit, ja, ihr Leben ist schlecht und so weiter, ja. Vor allem bei Alleinerziehenden, also man kann Alleinerziehenden, diese Studie hatte ich auch schon mal erwähnt, weil die Christina Uglinbräuch erwähnt hatte, wenn man Alleinerziehenden, die eine Psychodiagnose bekommen und deswegen eine Therapie verschrieben bekommen, ihnen das Geld, was die Therapie kostet, die übernommen wird, einfach bar in die Hand gibt, geht es ihnen psychisch noch besser, als wenn sie die Therapie erfolgreich meistern. Und genau das einfach mal machen jetzt, ja, ein bisschen Helikoptergeld, niemand käme dann mehr auf die Idee zu fragen, ist der Islam zu Deutschland oder nicht und so, ja, weil man hat 500 Euro in der Hand, das ist für sehr viele Menschen, so viel Geld, gerade für AfD-Sympathisanten, einfach mal hier ein bisschen disruptiv, mal ein bisschen alternativlos, aus der alternativlos-Ecke rauszukommen. Aber nee, Herr Spahn muss sich hier, diese Frage, die ist ja auch ganz wichtig, gehört, also reden Sie eigentlich auch darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nur die Muslime, nur die Menschen, nicht ihre Religion? Also wirklich, ich wollte schrecklich sagen, aber jetzt habe ich darüber nachgedacht und sage lieber auf Scheiße. Mit 500 Euro kann man sich 25 Sarrazin-Bücher kaufen. Ja, zum Beispiel, dann ist man auch erstmal beschäftigt. Wir lernen mal ganz kurz, was Jens Spahn alles unter innerer Sicherheit versteht. Nächstes Lieblingsthema. Und das Thema innere Sicherheit, und da geht es nicht nur um Terror, da geht es manchmal auch einfach um Einbrüche. Bei mir im Münsterland, das Thema beschäftigt viele. Innere Sicherheit, Keller, Fenster aufgelassen, niemand ist reingekommen. Innere Sicherheit, Terror und Einbruch. Ja, wobei man sagen muss, Einbruch ist tatsächlich Terror, ja. Also Terror, der den Menschen tatsächlich begegnet, nicht nur im Fernsehen, sondern in ihrem Wohnzimmer. Wenn dann nämlich eingebrochen wird, das erleben die, also es ist ganz witzig, wie die Leute das beschreiben. Zuerst mal so, ja, Einbrüche, weiß ich nicht, Kriminalität und so weiter. Wenn dann wirklich mal eingebrochen wurde, dann, vor allem Frauen, ja, können dann gleich mal eine Psychotherapie machen. Wir kehren zurück zu Sabine Rau und den Horse Race Fragen. Sie macht sich jetzt Sorgen um die Kanzlerin. Erwarten Sie von Angela Merkel hier klarere Themensetzungen, so wie Sie die jetzt benannt haben? Muss sie sich selber auch ein Stück weit bewegen? Dass sie da nicht selbst lachend hinterüber fällt, ja, von Merkel eine Themensetzung zu verlangen. Nach zehn Jahren Kanzlerschaft. Erwarten Sie, dass die Merkel jetzt mal ein Thema setzt? Oh Gott. Vorher verglüht die Sonne, ja, bevor Merkel mal ein Thema setzt. Ein kurzer Ausschnitt, Jens Spahn redet über Themensetzungen und so weiter. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob Jens Spahn sich wünscht, dass Sigmar Gabriel in die CDU wechselt. Und gleichzeitig war es immer die Stärke der Union, der CDU und CSU, die ganze Breite auch in einer Debatte abzubilden. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Breite zulassen in der Diskussion. Ja, lass mal Breite zu. Was auch immer das bedeuten soll, Herr Spahn. Ich weiß es nicht. Die reden hier auf so einer Meta-Ebene irgendwie. Apropos Meta-Ebene, wir machen weiter mit den Horse Race Fragen von Sabine Rau. Am besten zusammen, danach sieht es im Augenblick ja nicht gerade aus. Im Gegenteil, die CSU befeuert den Streit, den Richtungsstreit und droht jetzt sogar mit einem eigenen Wahlkampf gegen die Bundeskanzlerin. Das kann doch am Ende nur Ihre Stimmen kosten, oder? Oder, Herr Spahn, Sie sind so groß, ich muss so weit nach oben gucken. Sehe ich aus wie so ein kleiner Dackel fast. Wir machen weiter mit Sabine's Horse Race Fragen. Mit einer Unionsspitzenkandidatin Angela Merkel im nächsten Wahlkampf. Oh, nein. Mit Ursula von der Leyen. Natürlich. Also wirklich, was erwartet sie jetzt von ihm, ja? Dass er irgendwie sagt, ja, mit Merkel müssen wir mal gucken. Wir haben das Gespräch mit ihr noch nicht geführt, aber bald. Wir sagen ihm dann Bescheid. Aber Sabine hatte noch ein paar Pferderennen-Witze dabei. Ganz kurz, wir haben die Stimmen hier gehört. Stimmen aus ihrer Partei, die Bündnisse in Zukunft auch mit der AfD nicht mehr ausschließen. Unter welchen Umständen könnte die AfD für Sie ein Koalitionspartner sein? Ich verstehe nur noch AfD, 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 Herr Spahn, AfD, 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 AfD. Und am Ende die Stimme so leicht nach oben, damit man weiß, es ist eine Frage. AfD? Jan Spahn antwortet jetzt mal auf diese Frage. Und wir lernen jetzt in zehn Sekunden, wofür die CDU steht. Nämlich sie ist anti-Putin, sie ist pro-USA, sie ist pro-NATO und pro-TTIP. Und alle anderen sollen doch zur AfD gehen. Unter keinen. Die AfD ist pro-Putin für einen Autokraten und gegen Amerika. Sie ist gegen die NATO, gegen Freihandel. Sie ist eigentlich gegen alles, wofür die CDU und CSU stehen. Also ich bin auch, ich sag mal so, ich bin auch gegen TTIP in der jetzigen Form. Ich bin auch eigentlich nicht so kein NATO-Freund. Ich bin jetzt kein Mensch, der Putin verteufelt und die USA als, ja, also ich frage mich gerade, also nach Jan Spahn, sollte ich jetzt wahrscheinlich denn die AfD wählen oder was? Also die Linkspartei hat bei diesen Themen auch eine Anti-CDU-Haltung. Ja, es ist ja auch irre, also dieser Glaube, dass das auf so einer innerlichen Ebene stattfindet, ist wirklich so abenteuerlich und sinnlos. Ganz klar. Was für eine sinnlose Beschäftigungstherapie, ja, was machen die da in der ARD? Regierungsbericht. Bericht aus Berlin. Komm, wir berichten jetzt mal aus Berlin. Es wäre sinnvoller, wenn sie tatsächlich aus Berlin berichten und nicht hier irgendwie so ein Regierungscheiß. Nee, das sollte dann Bericht aus dem Konrad-Adenauer-Haushalt heißen. Ja, so irgendwie, genau. Entweder den Namen ändern oder tatsächlich aus Berlin berichten. Und wir lernen jetzt mal von Jan Spahn, worüber dann wirklich mal geredet werden sollte, obwohl jetzt acht Minuten genau das Thema war. Ich möchte nicht mit der AfD koalieren, ich möchte sie überflüssig machen. Konkrete Lösungen statt plumpe Parolen, das muss eigentlich unser Ansatz sein. Und darüber, dafür sollten wir alle, übrigens auch die Medien, vielleicht mehr über Themen reden und weniger über jede minder geglückte, manchmal Äußerung der AfD. Ja, das sind ganz, ganz fromme Wünsche eines ganz frommen, konservativen Heißsporn oder wie ihr Dingsda-Bums. Na, du weißt schon. Nachwuchstar? Nee, wie er gerade eingeführt wurde, ganz am Anfang. Der Klartextpolitiker. Klartextredner, genau. War mir auch neu, dass Jens Spahn als Klartextpolitiker gilt. Ja, also Frau Rau erstmal sagen, dass sie was anders machen soll in ihrer Berichterstattung. Ja, welcher, also ein Träumer ist das. Aber ich will ja nicht nur meckern, es gab auch einen interessanten Beitrag. Nee, wir wollen ja nicht nur meckern, es ist halt nur alles scheiße, aber. Ja, aber es gab einen Beitrag, den Sabine Rau nicht gemacht hat, sondern eine Kollegin über die Probleme beim Familiennachzug in Deutschland. Und da wird uns jetzt mal klar gemacht, dass diese langen Wartezeiten für Menschen, die quasi ihre Verwandtschaft in Deutschland, also zu ihnen hinkommen wollen. Weil wenn ein Mensch hier Asyl bekommt, muss er die Möglichkeit bekommen, seiner Familie nachzuholen. Das ist Familiennachzug. Und wir lernen jetzt mal, dass das alles so ein bisschen politisch gewollt ist, diese ganze Wartezeiten. In den Kriegswirren ist es für viele Flüchtlinge schwer, die nötigen Urkunden und Dokumente zu besorgen. Viele kommen deshalb mit unvollständigen Unterlagen. Die Folge, in der ohnehin schon überrannten Visastelle stapeln sich unerledigte Verfahren. Wer heute einen Termin vereinbaren will, kommt frühestens im Juli 2017 dran. 15 Monate Wartezeit, trotz Rechtsanspruch. Ein Unding findet Sebastian Mui. Wir haben den Eindruck, dass da auch eine politische Strategie dahinter steckt. Wenn man sich anschaut, wie sich die Familiennachzugsdebatte entwickelt hat in den letzten Monaten, hat man natürlich schon den Eindruck, da wird vielleicht auch bewusst nicht genug getan und geändert, um den Menschen auch zu ermöglichen, ihren Rechtsanspruch einzulösen. Zusätzliche Schalter in der Visastelle, mehr Botschaftspersonal, Doppelschichtbetrieb. Man habe die Zahl der ausgestellten Visa hier in drei Jahren versechsfacht, verteidigt sich der Sprecher des Außenministers am Freitag. Aber... Ich will dir ausdrücklich sagen, dass diesen Bemühungen Grenzen gesetzt sind. Die Lage in den Auslandsvertretungen um Syrien herum ist sicherheitsmäßig prekär. Ganz häufig haben wir es auch mit Visastellen und Rechts- und Konsulareinrichtungen zu tun, die einfach baulich, nicht ohne weiteres erweitert werden können. Das ist aber ein sehr lebensrohes Rosa, was er da als Krawatte trägt. Lebensbejahend. Lebensbejahend. Ja. Ja, ich weiß, von wem wir demnächst keine Beiträge mehr in der ARD sehen. Von jemandem, der behauptet, dass da politischer Wille dahinter steckt, die Sachen mal auf die lange Bank zu schieben. Und wir hören uns jetzt mal ein konkretes Beispiel, einen konkreten Beispielfall für den Familiennachzug an. Und konzentrieren uns auch auf das Ende, also wie der Beitrag endet. Neun Monate hat Hala Alatrasch auf ihren Termin warten müssen. In den Unterlagen fehlt der deutsche Aufenthaltstitel ihres Mannes, moniert der Konsularbeamte und ruft diesen selbst in Berlin an. Man einigt sich, eine Kopie per E-Mail nachzureichen, um das Verfahren nicht weiter in die Länge zu ziehen. Vier Wochen aber wird es mit den Visa wohl mindestens dauern, gibt man der Familie mit auf den Weg. Bis dahin im Libanon bleiben dürfen sie nicht. Nach einem Spaziergang am Meer heißt es für sie deshalb zurück nach Syrien. Zurück in den Krieg. Tja, der Papst hat halt mit allen Recht gehabt. Ihr gehört alle, alle, alle Verantwortlichen gehört nicht mehr in die abendländische christliche Gemeinschaft, die wir hier haben. Ganz kurz noch was zum performativen Aspekt dieses Beitrags. Da habe ich mich gefragt, sie haben es ja jetzt so geschnitten, als ob eine Kamera bei der Frau in der Visa-Stelle in Libanon dabei war und live ein anderes Kamerateam bei dem Mann in Berlin dabei war, wie er mit der Visa-Stelle telefoniert. So, und jetzt einfach, das ist natürlich Bullshit. Die haben den Typen wahrscheinlich danach erst getroffen und haben ihm dann gesagt, okay, jetzt setz dich mal an deinen Tisch, hol dein Handy raus und tu so, als ob du mit der Visa-Stelle telefonierst, wie du mit der telefoniert hast. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Nee, ich wollte es nur anfühlen. Ja, ich finde es eher albern, dass sie immer sagen, das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet, ja. Also wen interessiert sowas eigentlich? Ich meine, die BBC hat sich mal dagegen entschieden, solche Schnittbilder zu machen. Also jetzt nicht im Sinne von inhaltlich passt es, weil es wird über Telefonat gesprochen und er telefoniert gerade, sondern so dieses, wir sagen jetzt gerade was über sie, könnten sie mal diese Treppe hochlaufen und das Papier in die Hand nehmen? Ja, also so innerlich völlig austauschbares Zeug. Aber ich finde es schon sehr gut hier, das einfach so zu machen, ja. Den Leuten das wirklich zu zeigen, wenn, also das ist jetzt nicht so abstrakt irgendwie, ja, Familiennachzug, sondern da sitzt jemand hier am Telefon, ein Vater von vier Kindern und kriegt am Telefon gesagt, wir können deine Frau leider noch nicht reinlassen, sie muss noch mal einen Monat zurück nach Syrien, in den Krieg. Ja. Ja, also was soll das? Was ist das für ein, also wirklich, da fehlen mir wirklich die Worte eher. Papst hat da mit allem Recht, die können alle exkommunizieren. Man kann irgendwie sagen, okay, wir machen das jetzt so als Politik, aber das hat da nichts mehr mit christlich, armländisch, europäisch, irgendwo, da muss man einen neuen Namen für finden. Aber, na gut. Zum Schluss informiert uns Sabine Rau über gute und schlechte Nachrichten. Und was die gute und was die schlechte Nachricht ist, überlasse ich dir, Stefan. Das war's für heute. Nächste Woche gibt es keinen Bericht. Ah, gute Nachricht. Aber am 22. Mai begrüßt sie hier Reinhard Becker. Oh Gott. Nächste Woche verschwone ich sie und danach kommt Reinhard Becker. Doppelte Portion. Doppelte Packung. Oh Gott, ey. Das ist eine Scheiße. Zum Schluss habe ich noch den Wochen-Rap-Blick. Vorab. Wochen-Rap-Blick. Sieben Tage lang News. Kunstrasen. Wir blicken zurück. Hey, dieses T-Tip war bislang Hardcore-Top-Secret. Weil's am Parlament vorbei, die Demokratie-Kett. Doch solange es Teams wie die von Greenpeace gibt, bekommst der Bürger noch zu sehen. Und er liestet. Im Kern geht's bei dem Ding, um Zugang zu merken. Bisschen gehen, mal zum Chlorhuhn, das wird schon keiner merken. Mit der Heimlich-Tourerei ist es das jetzt erstmal gewesen. Bisher durften nur Politiker die geheimen Dokumente lesen. Was im Horrorhaus von Höxter geschah, können wir kaum zitieren. Die grauenhaften Taten eines Paares sind schwer zu kapieren. Er soll Frauen festgehalten, gequält und misshandelt haben. Mit sadistischen Machtspielen, mindestens zwei von ihnen starben. Zwischenziel erreicht. Check für Donald Trump. Nehmen die den tatsächlich für voll in diesem Land. Das wird ein heißer Herbst, das fiebert dann das ganze Land mit. Wenn Trump dann gegen Hillary Clinton antritt. Waldbrände in Kanada, deshalb noch diese Strophe. 90.000 Menschen fliehen vor der Naturkatastrophe. Betroffen ist auch ne Ölsandanbauregion. Weil die Produktion stoppt, schnellt der Ölpreis nach oben. Und endlich können wir im BRB auch mal lästern. Über eine Mannschaft, die gekämpft hat wie im Westen. Letztes Jahr fast letzter, heißt England's bester. Das Jahr. Come on, Lester! Come on, Lester! Das war der Wochenreplik. Ja. Und als Outro hören wir einen ZDF-Bericht aus dem Heute-Journal. Einen guten, weil das ZDF musste quasi nur die Technik stellen. Das Material kam von der UNICEF. Die haben nämlich diese ganzen Schicksale mal dokumentiert. In dem Fall geht es um ein 10-jähriges Mädel, das aus Aleppo nach Goslar flüchtet. Darauf folgt ja dann auch ein ganzer Dokumentarfilm, den kann man dann raussuchen. Ich suche ihn auch nochmal aus der Mediathek, verlinke ihn, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber das Nachrichtenthema war sehr gut. Diese Zusammenarbeit von UNICEF und ZDF, sehr gut. Und warum nicht mehr davon, ja? Lass uns diesen ganzen CDU-Scheiß mal weg. Nie wieder AfD. Einfach alle Parteien mal ein bisschen runterfahren und dann ein bisschen mehr echte politische Berichterstattung, die sich nicht an den großen Bekanntes-Funk- und Fernsehköpfen niederschlägt, sondern an solchen kleinen, unscheinbaren, namentlich uns völlig unbekannten Mädels wie der Jungen aus Aleppo. Du bist so naiv. Ja, aber warum auch nicht. Ich habe noch ein Outro, das kommt dann danach, wir hören Seth Meyers, das ist der Konkurrent von Stephen Colbert und der erklärt uns mal, wie Donald Trump sich gerade wandelt vom Primary-Wahlkampf, also dem Vorwahlkampf der Republikaner zum Kandidaten für die General Election. Das ist so ein closer look, ne? Ja. Sehr gute Segmente, gucke ich auf YouTube immer. Ja. Gut, gut. Also die beiden Sachen hängen an, der Rest ist verlinkt. Wann machen wir jetzt? Am Donnerstag machen wir, ne? Donnerstag können wir, ja. Ja, machen wir. Gut. Dafür finden wir die Zeit und ich würde vorschlagen, dass wir ein Q&A machen, Stefan. Achso, ja, da wurden wir auch auf Twitter angesprochen. Ja. Also nur für den Fall, dass ihr Fragen habt. Thilo beantworte ich gerne Fragen, wenn mir die Fragen gefallen, beantworte ich auch welche. Ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir die Leute aufrufen, in den Kommentaren uns fragen, die sie an uns, entweder an mir oder an dich, über dein Buch, über unseren Podcast, über Junge Naiv haben, als Kommentar zu posten. Aber meine Bitte wäre, postet dann eure Fragen nicht in eurem langen Kommentar, sondern macht das als Einzelkommentar, damit wir das sofort sehen. Ja. Und ich würde sagen, der Kommentar sollte beginnen mit Hashtag Q&A. Ah ja, genau, macht mal den Hashtag rein, dann kann man es einfach raussuchen. Also jeder Kommentar, der mit Hashtag Q&A beginnt, wird von uns gelesen. Jeder? Ja, also den nehmen wir dann wahr. Okay, das ist jetzt eine Frage an uns für die Folge am Donnerstag. Mhm. Also ihr habt bis Donnerstag, sag ich mal, 10 Uhr, 12 Uhr Zeit. Gut, gut. Aber es zählen nur die Fragen, die im Blog, also auf der Seite von uns gepostet wurden. Wollen wir es so machen? Öffentliche Fragen, okay. Richtig. Gut, machen wir das so, mal gucken, was so kommt. Ansonsten kommentiert diese Folge, danke nochmal an Annette Dittert und das war es von mir. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Während der Waffenstillstand im Rest von Syrien in den letzten Wochen einigermaßen hielt, fiel die historische Stadt Aleppo zurück in die Hölle. Tägliche Angriffe per Artillerie und aus der Luft legten Krankenhäuser, Märkte und Geschäfte in Schutt und Asche. Heute gilt in Aleppo auch kurz mal Waffenstillstand. Menschen kommen aus den Häusern und tun das Selbstverständliche, das lange nur unter Todesgefahr möglich war, ein bisschen einkaufen. Ein, zwei Tage maximal soll diese Ruhe dauern und dann ist wohl wieder Feuer frei. Aleppo ist eine Stadt, aus der man nur noch fliehen kann. Ein beeindruckender Dokumentarfilm begleitet eine syrische Familie durch den Bürgerkrieg und die Flucht bis jetzt nach Deutschland. Familie ist nicht das richtige Wort, es sind nur noch die Mutter und die Kinder geblieben. Ein neuer Schulweg, ein neuer Schulhof, eine neue Klasse. Goslar ist die neue Heimat der zehnjährigen Syrerin Farah. Zuvor war das Aleppo. Und die Armee hat uns umzingelt. Das war ganz nah. Mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern lebte sie mitten im Krieg. Es ist nichts explodiert. Es ist nichts explodiert. Das war eine Rakete. Nein, eine Panzergranate. Aber sie ist nicht explodiert. Ihr Vater, Abu Ali, war einer der ersten, der gegen das Assad-Regime kämpfte. Vor zwei Jahren wurde er vom sogenannten Islamischen Staat verschleppt und ist seitdem verschollen. Seit 2013 hat der Filmemacher Marcel Mettelsiefen die Familie begleitet und war auch dabei, als Mutter Challah es nicht mehr aushielt und sich mit ihren Kindern auf den Weg machte, über die Türkei nach Deutschland. Als wir das erste Mal am Strand sind, am Meer und die Kinder nach zwei Jahren Hölle in Aleppo merken, dass sie frei sind, dass sie schwimmen gehen können, wo sie in voller Montur ins Wasser springen und mit den Wellen spielen. Das hier erinnert uns an Syrien, an unsere Küste. Und hier schwimmen wir nicht, wir träumen. Die Wellen verschlingen uns, als ob sie uns vermisst hätten. Jetzt spielen wir. Und das sind solche Momente, wo aus einem dann plötzlich das Herz zusammenzuckt. Es gibt viele Momente in diesem Film, bei denen einem das Herz zusammenzuckt. Nach langer Reise und vielen Sorgen, etwa die Ankunft in Deutschland. Jetzt sind wir in Goslar. Nicht ein einziges zerbombtes Haus. Die Geschichte einer Familie, stellvertretend für so viele Tausend, die nun in Deutschland leben. Das Haus ist wunderschön. Wir gehen zur Schule und alles. Es ist sicher und wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Als wir heute Morgen angekommen sind, haben die Vögel willkommen in Deutschland gezwitschert. Ich liebe dich. Donald Trump hat den Presumptiv-G.O.P. Nomine für über eine Woche. Und bereits hat er sich auf die größte economicen Wissen in den 2016en Wissen. Meanwhile, viele Republican Politikerinnen haben verändert ihre Positionen, als auch, auf Trump selbst. Aber bevor wir zu das, Trump hat eine sehr gute Punkt, heute Morgen, auf CNN, wenn Chris Cuomo opened his Interview by asking Trump about attacking Hillary Clinton. Wir haben ein Panel von independenten Voters. Sie sind smart als heck. Und die meisten von ihnen nicht mag es. Sie sehen es als eine Distraktion. Sie sehen es als Hypocritical, kommt von dir. Und in der Mitte, sie sehen es als Potenzial Proof, dass Sie keine realen Ideen haben, als Präsidenten haben. Was ist Ihre Meinung auf diese Linie? Well, this is a nice way to start off the interview. First of all, you should congratulate me for having won the race. I thought, you know, at least it would be a small congratulations. But I'm not surprised with CNN, because that's the way they treat Trump. You know, at first I saw that, and I thought, how dare you not congratulate him, you monster! But then I realized that we at Late Night talk about Trump all the time, but we haven't congratulated him either. So, if you're watching, Mr. Trump, congratulations. You did it. You are a big boy who did a big boy thing. And we... We are so, so proud of you. And now that that's out of the way, it's time for A Closer Look. Now, in some ways, Trump reversing himself as soon as he wraps up the nomination might be the least surprising development of the campaign. In fact, he openly warned us that he could transform himself into anything he wanted to. As I get closer and closer to the goal, it's going to get different. Once you get to a certain level, it changes. I will be changing very rapidly. I'm very capable of changing to anything I want to change to. I can change to anything I want to change to. Trump talks to voters like the mysterious bad boy in every teen drama. Who are you? Whoever you want me to be. Okay. Now, to be fair, this is a ritual that plays out every four years for candidates on both sides of the aisle. After winning the nomination, there's a pivot to the general election. Usually, campaigns try not to be so blatant about it, but there have been exceptions, like when an adviser to Mitt Romney famously said this in 2012. I think you hit a reset button for the fall campaign. Everything changes. It's almost like an etch-a-sketch. You can kind of shake it up, and we start all over again. And that hurt Romney because gaffs used to hurt politicians, unlike today when the Trump campaign runs on gaff-a-lean. Mr. Trump, we need to court Hispanics. I'll tweet a photo of me at a taco bowl. Problem solved. But unlike Romney, Trump is no etch-a-sketch. Trump is a magic 8-ball. You shake it up, and you can get one answer. Shake it again, and you get something completely different. For example, people across the country have been calling for a raise in the minimum wage to $15 an hour. Could Trump be sympathetic to that? Well, shake the magic Trump ball one week, and you'll get this. I can't be, Neil. Taxes too high. Wages too high. We're not going to be able to compete against the world. So do not raise the minimum wage? I would not raise the minimum. But now Trump has wrapped up the nomination, so when you shake the magic Trump ball this time, what do you get? You can't live on $7.25 an hour. And I'm actually looking at that because I'm very different from most Republicans. I mean, you have to have something that you can live on. If you were president, what would you recommend? I'm looking at it, but I don't like it. But you're open to raising the minimum wage? I'm open to doing something with it. And when confronted with this latest contradiction, Trump went to his go-to dodge, just let the states decide. I would like to see an increase of some magnitude, but I'd rather leave it to the states. I'd rather have the states go out and do what they have to do. And the states compete with each other, not only other countries, but they compete with each other, Chuck. So I like the idea of let the states decide. What? Why do you want the states to compete with each other? We did that already, and it did not go great. Famously. And it isn't just the minimum wage where the magic Trump ball contradicts himself this week. There was also Trump's proposal to slash taxes for the highest earners. Under Trump's plan, the top 0.1% of households would see their annual tax bill fall by 19%. But on Sunday, George Stephanopoulos took his turn shaking the ball and once again got a completely different answer. Bottom line, do you want taxes on the wealthy to go up or down? They will go up a little bit, and they may go up, you know... But they're going down in your plan. No, no, in my plan, they're going down, but by the time it's negotiated, they'll go up. That's the great thing about my plan, George. It goes up and down. If I'm being honest, I wouldn't rule out side to side, either. We're going to have all the directions. We're going to have all the directions. It's a great plan. Now, these flip-flops are unlikely to upset many Trump supporters, but there is one thing about Trump's campaign that his voters do seem to care very much about, self-funding. As Trump and his supporters have said many, many times. I'm self-funding my campaign. Nobody's going to be taking care of me. I don't want anybody's money. When you take that money, those people own you. Out of all of the candidates, name one who had a million-dollar judgment against him for hiring illegal agents. Name one that is self-funded. Donald Trump is the only... Buy a whore himself! That's right. Not you. So you like rich people who buy politics. Where's your Goldman Sachs jacket at? We know your wife works there. First of all, I doubt Goldman Sachs gives out jackets. They're a big bank, not the pink ladies. Now, Trump has actually taken some donations, and he only loaned his campaign his own money so he could pay himself back. Still, the claim that he's self-funding was central to his campaign. But if you shake the magic Trump ball now, what do you get? Donald Trump is saying that he will not be self-funding his campaign for president as he goes on. Instead, he is looking to raise about $1 billion. Donald Trump will now play the money game, the Trump campaign announcing a national finance chairman as they head into the general election. Steve Mnuchin will head up those efforts. He is a former Goldman Sachs partner. Goldman Sachs? Maybe Trump's going to get one of those jackets now. And if you're wondering which pink lady he is, he's definitely a Rizzo. Definitely a Rizzo. So after spending months bashing special interests, Trump has hired a former Goldman Sachs partner who will have to appeal to the very same GOP donors Trump dissed. But if anyone seems willing to accept Trump's sudden change of heart, it's the GOP establishment because even as many in the party have sworn never to back him, others are falling in line despite spending the entire primary season bashing him. Here's just a small sampling of what Republicans said about Trump before. Donald Trump is a narcissist and he's an egomaniac. He's non-serious. He's a carnival act. How could anyone in my party think that this clown is fit to be president? Donald Trump now is sounding like a left-wing Michael Moore wacko. All of this stuff is just, to me, makes him unqualified to be president. Donald Trump's candidacy is a cancer on conservatism. So Donald Trump is a non-serious, narcissistic, wacko clown who's unqualified to be president and a cancer on conservatism. There's no way you can support someone like that for president, right? If he is the nominee, I will be voting for him. I will be supporting him. You know, I've always said I will endorse the nominee. I'm supporting him as the nominee, and I will vote for him. But not you, Rick Perry, right? I mean, you called him a cancer. Will you support Donald Trump as he's the Republican nominee? Sure. And have said it from the get-go. So basically you're saying... I'm Rick Perry, and I approve this. Cancer. This has been A Closer Look.